hallo und ein herzliches willkommen zum 246 denn anem islam podcast mit dem lieben matze servus mit mir mickey hallo und heute zu gast der liebe im perga talks hallo vielleicht kennt man mich noch von anderen folgen und wenn nicht kann man sie immer wieder nachhören immer und immer wieder auf dauerschleife am besten genau unsere stimmen nie vergesst es ist wieder so weit ja wir haben eine woche pause gemacht das hatte ich eigentlich sowieso vor ich hatte zum letzten podcast vergessen zu erwähnen und dann bin ich krank geworden und haben die woche pause sowieso gebraucht aber jetzt jetzt sind wir hier zum 246 mal ich habe eben schon nachgeguckt werden es noch zwei weitere male dieses jahr sein dann ist schon wieder weihnachten und wenn ich tief geht zwei weitere male es fällt ja sehr lustig dieses mal weihnachten nimmt im endeffekt die ganze woche ein die wochentage sind größtenteils für die mietze katz ja ja aber weihnachten ist noch nicht angekommen bei den anderen oder oder habt ihr weihnachtsanimes geschaut ich soweit jetzt nicht nein wobei schon etwas länger das habe ich jetzt heute nicht auf der liste ich hatte ich hatte vor ein paar wochen tokyo gottfathers mal geguckt dass ich hatte mir einen stadtbücherei ausweis besorgt aus recherchegründen und weil ich noch wusste die haben doch ein dvd segment und auch ganz viele coole dvds schaue ich doch mal rein weil ich hatte da vor jahren halt die rebuild filme von evangelion mal zum beispiel ausgeliehen oder auch so eine dvd mit so short film filme von atmen die die waltz und gromit machen genau und da war auch tokyo gott war das dabei und da dachte ich okay schauen wir uns das doch mal an aber es ist auch schon etwas länger ja aber hat mir gefallen auf jeden fall hat mir auf jeden fall gefallen das ist ein toller film und ich möchte behaupten dass er von all den satoshi kon film der der einfachste ist und mit leuten so einfach so einem arm zu gucken egal wer es ist ob familie oder leute die keine ahnung von anime haben oder sonst wer ja das würde ich auch aussagen von zumindest von denen die ich bisher so geguckt habe ich habe vor jahren paprika geguckt und ich weiß immer noch nicht ob ich ihn richtig verstanden habe und ja perfekt blue also ich sag es mal so wenn ich perfekt blue und tokyo gottfathers mit meinem vater schauen würde ich glaube bei perfekt du würde entweder ganz viele fragen stellen oder gar keine und am ende sagen mensch das war ein komischer film bei tokyo gottfathers wäre voll dabei wahrscheinlich ja leider bestimmt seinen spaß es einfach mit dem film spaß zu haben ja das stimmt auf jeden fall gäbe es doch nur mehr anime dieser sorte obwohl ich sollte gar nicht anfangen zu meckern was ich auf heute geguckt habe fand ich eigentlich alles gut aber wir sehen ja den gast anfangen lassen wir sollten den gast anfangen lassen ja ich hoffe dass noch mehr spaß gehabt ja ich habe auf jeden fall ein bisschen spaß gehabt also ich habe ein paar sachen mitgenommen die ich geguckt habe ich fange mal an mit im prinzip ist es nur eine einzige folge aber ich würde es auch als kurzfilm bewerten nämlich one piece fan letter habe ich mal geschaut schaue ja sonst eigentlich nicht so wirklich den one piece anime weil ich den manga lese und bei mir ist es dann meistens so wenn ich den manga gelesen habe da eigentlich so warum jetzt kann ich natürlich den anime noch mal schauen mit derselben story nur in langsamer und nicht in meinem tempo und deswegen schaue ich mir nur clips von guten szenen dann auf youtube an aber dachte ich mir bei dem fall so auch das sieht ja eigentlich ganz interessant aus und schauen wir uns doch mal an und ja war gut also ich denke ich es geht da im prinzip darum das ist halt ich überlege gerade wie sehr soll ich jetzt in one piece eingehen um das zu erklären also ich kapiere auch nicht was das ist obwohl ich eigentlich ein bisschen ahnung von one ps hub ist das ist das ist es so eine geschichte von fans der piraten in der welt von one piece im prinzip ja also es geht da die die protagonistin ist ein kleines mädchen was halt so tsunami fan ist zum einen und daneben hast du noch einige andere figuren die auch in gewisser weise von strohütten beeinflusst wurden oder sie einfach mögen da gibt es dann zum beispiel eine frau die da halt so fan von brook ist der ja auch als als musiker dann ja unterwegs war und deswegen ist also ist sie so fan von seiner musik oder was ich ganz witzig fand auch so ein richtig grummeliger marine admiral der einfach chopper mag weil chopper so süß ist und dann halt so ein kleines und fahrt sein fahndungs foto einfach in seiner schublade und so kawaii und das spielt halt so zu der zeit es gibt ja in one piece ein timeskip wo die welt glaubt dass sie tot sind und das spielt dann halt als sie alle wieder alle zusammen kommen auf der in auf dem sabao die archipel wo halt auch dieses mädchen lebt und die das halt auch mitbekommt das scheinbar die strohütte wir zurück sind und sie will dann halt namen ihren brief quasi geben ihren fan letter und darum geht es halt so ein bisschen dass sie das halt so versucht weil namens inspiriert hat hey du kannst doch als mädchen in ohne große kräfte trotzdem etwas erreichen du kannst abenteuer haben du kannst spaß haben das kannst du alles schaffen so ein bisschen weil und das das war auch so ein speck den ich ganz interessant fand bei dem ganzen das hast du gesehen bei einem marine soldaten der da auch mit in der story drin war der halt von raffi inspiriert wurde weil dieser halt einfach weiter gemacht hat in dieser gibt es gibt ja diese gipfel schlacht wo spoiler raffis bruder gestorben ist und ja wo sie das marine hauptquartier zerlegt haben da genau und da war dieser soldat hat auch dabei wo er dann halt so beeindruckt war von raffi dass er halt trotzdem irgendwie weitergemacht hat dass er halt nie aufgegeben hat um seinen bruder zu retten und da fand ich halt auch ganz interessant du hast auch diese perspektive von diesem soldaten während der gipfelschlacht gesehen wo du halt merkst das muss die hölle sein wenn du einfach so ein ganz normaler typ bist der vielleicht nur so ein gewehr in der hand hat und um dich herum fällt vielleicht fällt der fuß eines riesen und die ganze das ganze meer wurde vereist von einem anderen typen irgendwo kommt so ein laser strahl auf dich zu so ja stell dir mal vor du wärst einfach nur so ein billiger kleiner komparse in dieser end schlacht von den avengers filmen genau das wäre auch sehr verrückt und ähnlich ist es ja ist ja krieg ist ja auch als krieg bezeichnet und es geht überhaupt nicht nicht schee was da passiert genau aus ich fand das von der perspektive ganz interessant weil meistens sieht man ja bei one piece einfach diese monster typen die einfach die gegeneinander kämpfen und dann denkst ja gut die sind alle in ihrem element drin aber da gibt es natürlich auch ganz viele andere normale typen die gar nicht in ihrem element sind die denken wo bin ich hier gelandet um gottes willen die sind ja meistens einfach nur die hintergrundcharaktere die austauschbar sind und einfach niedergemäht werden ja genau das fand ich halt ganz interessant und natürlich auch diese ganze message a die 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 strohüte die haben die ganzen irgendwie beeinflusst vor allem dieses kleine mädchen kannst als frau und kannst als frau auch viele abenteuer haben und so weiter ich war noch ganz witzig die strohüte waren jetzt natürlich jetzt nicht die protagonisten aber sie wurden auch immer mal so ein bisschen eingeschoben in das ganze fand ich dann zum beispiel ganz witzig wo die dann halt so in so einer bar waren wo die dann geredet haben wer ist der wer ist der stärkste irgendwie der schreck immer so ach das ist doch falken auge oder andere zoro zoro ist der stärkste pirat und dann siehst du so wie sanji da sanji da kostümiert reinkommt hey aber was ist denn mit schwarzfuß sanji ach der ist doch vollkommen egal und dann kriegt der erstmal von sanji ein tritt reingekriegt so ich meine das ganze die ganze ganze spektakel von one piece lässt einen ab und zu mal vergessen dass oder recht gut glaubwürdig bleibt bei einigen grundsachen zum beispiel die idee dass die dann zu so richtigen rockstars werden die piraten ist ja nicht unrealistisch man kennt es ja aus der geschichte besonders aus amerika wie irgendwelche großen banditen oder verbrecher zu so richtigen volkshelden werden können ja und wenn du dir dann die wirkliche geschichte hinter denen anguckst dann haben die eigentlich nur grausamkeiten in ihrem leben begangen aber dann aus der western welt hast du trotzdem so namen wie billy the kid oder bellstar oder sonst was auch viele weibliche helden drin die für viele leute irgendwie positive vorbilder sein können obwohl sie eigentlich ein leben nur aus grausamkeit und mord und totschlag und raub und stehlen geführt haben ja das stimmt auf jeden fall und das besonders in one piece kann man das auch immer gut nachvollziehen ja durch dieses ganze steckbrief system wo du ja dann steckbriefe hast mit den namen und dann haben die ja immer noch so einen wert der irgendwie anzeigen soll was für eine gefahr der für die welt ist und natürlich wenn man so ein riesiges kopfgeld hast und die leute auch boah der muss ja richtig hardcore sein cool so ne und dann werden die ganzen legenden und die ganzen geschichten erleben wir entwickeln die eigenen leben ja was ich auch ganz witzig fand das hat mich so das war so ein bisschen auf das hat mich so ein bisschen eiskalt erwischt wurde dann auch so geredet und wurde das dann so gesehen hast du ein paar kinder die dann so waren boah cyborg frankie der soll ja richtig cool sein siehst du auf zeitschrift ne und dann sagen die irgendwann so und hier soll auch irgendwie ein foto sein und dann drehten sie die seite um und sind erst mal schockiert und dann siehst du das foto war einfach das von water 7 als er als er gerade seine hose nicht an hatte und gepost hat so an das hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht im moment des romp ist natürlich wieder recht groß ne der trailer für die zweite staffel ist vor einer weile rumgegangen durchs netz ja für die netflix realverfilmung ja das stimmt muss ich zugeben da habe ich glaube der realverfilmung habe so drei folgen geschaut und war da nicht so motiviert weiter zu schauen muss ich zugeben es ist für so eine anime zur real umsetzung ganz nett ja ich sehe sagen also ich habe schon mitgekriegt dass dieses fan letter super super hype das beliebt alle haben es haben es gefeiert das hat ja auch auf den ganzen anime datenbanken mit super hohen scores eingetragen ich meine megumi shi tani die regisseurin gilt generell bei one piece fans ja als einer mit der besten regisseurinnen der serie und ich kann nicht anders als zumindest so ein bisschen zynisch aber auch der gegenüber sowas zu sein zu solchen anniversary projekten die halt selber im prinzip figuren im universe zeigen die die hauptfiguren anfeuern sowie so eine schlange die ihren eigenen schwanz aufrisst es ist selbst beweihräucherung das stimmt schon das stimmt wohl ich finde es ist immer so und so die frage wie man es quasi darstellt oder wie man es macht weil am ende kann man kann man aus vielen da eine gewisse zynik betrachten ja ja ich meine es ist besser als das krieg der sterne weihnachtsspecial ja keine hohe keine hohe messlatte ganz ehrlich du kannst bei solchen selbst beweihräucherung die messlatte schon wirklich sehr tief setzen gute beispiele für ich meine wenn wir da mir fällt jetzt zum beispiel auch ein disney hat ja mal diesen kurzfilm gemacht für 100 jahre was dann aber auch ganz cool gemacht war weil du halt so figuren aus allen disney film halt da irgendwie eingebracht eingebracht hast da mal wieder so ein bisschen durchs studio geistern und ich sag mal die hätten ja auch einfach so gesagt auch kommen wir nehmen mal hier alles was irgendwie gerade ganz gut ankommt und da machen wir ein bisschen was raus aber dass sie sich da wirklich hinsetzt haben nee wir bringen den schatz nochmal zurück wir nehmen doch mal daran und der zauberkessel da denke ich mir so ok respektiere ich so ja hätte man nicht tun müssen oder ich weiß noch bei die haben noch verschiedene diese türkischen robinsons robinsons da noch mal gemacht und dafür mussten sie halt die ganzen modelle auch noch mal komplett neu machen weil die alten modelle nicht mal im programm funktionieren weil der film schon ein bisschen älter ist ja technik das ist eine lustige sache einige sachen sind halt schwer zu archivieren alte sales sind kaum möglich zu ane zu archivieren die fallen auseinander egal wie gut so da auffällst und die meisten leute haben sie nicht gut aufgehoben farbe blättert halt ab da kannst du nichts mache und ja film ist immer noch am besten film material aber das ist hat ja auch irgendwann mal aufgehört das digitale da kannst du nicht viel extra rausholen wenn du irgendeine remaster machen möchtest von irgendwas was nur digital da ist dann hast du manchmal richtige probleme es wird dann richtig aufwendig remaster von sachen die auf filmmaterial sind sind noch viel einfacher ich meine das 4k remaster von ghost and shell zum beispiel das sieht das sieht gut aus naja auf jeden fall da kannst du noch auf jeden fall mehr rausholen das 4k remaster hingegen von interstellar for five was eher abscaled ist das ist traurig oder die sachen die james cameron filme ja auch so okay das haben sie aber vergeigt wird ihrer ki unsinn scheiße da weil das das ist in ordentlichen film stock da deswegen ist es auch deswegen ist es auch so ärgerlich wo du denkst du hätte man hätte es besser machen können aber wenigstens gibt es davon eine blu ray die gut genug aussieht okay also nicht also nicht extra nachbearbeitung ich meine die haben da nichts getan bei der blu ray so wie ich mich erinnere deswegen ist die auch nur dvd qualität oder so ein ne ne die hat schon dvd qualität nur das filmmaterial besonders von aliens 2 vom zweiten film ist körnig ohne ende das ist so im original abzug und da haben sie halt nichts dran gemacht aber das stört mich auch nicht ich mag den körnigen kram können ja ja auf jeden fall körner appreciation squad gerade noch mal kurz überlegt schlechtes beispiel für selten wo es wirklich nur selbstbeweichräucherung war und da ist mir wieder was eingefallen dass das simpsons plasse plasse versary von disney das war das habe ich gar nicht gesehen dass das muss man auch nicht sehen das war ganz schrecklich das ist auf disney plus ein kurzfilm und im prinzip ist es einfach nur also die die kurzfilme die nur für disney plus gemacht sind von simpsons sowieso krasslich aber dieser speziell wieso ist da goofy ja weil das ding ist homer geht halt zu mos wo eine party mit allen disney-figuren ist und freundet sich damit goofy an und dann sind da halt so und die eine hälfte des films ist ein prinzip figuren machen ein anführungszeichen lustige sachen in mos bar wie doctor strange spielt mit magie billiard und niemand versteht donald haha und dann die andere hälfte ist halt oder das das ist auch immer so ein dann hast du halt so ein part wo dann die disney plus app so in einem disney song so toll gesagt gesagt wie toll sie ist was man ja theoretisch weil es die simpsons sind so ein bisschen humoristisch machen kann dass du irgendwie sagst dass homer irgendwie gerade dafür bezahlt wird das zu machen oder so ne aber das ding ist lisa macht das und lisa ist die voice of reason dieser serie ja ja und dann ist das ganze halt das das wirkt dann ganz falsch so ne ähm gott die simpsons haben auch echt tief in die tasche gegriffen in vielen jahren ja aber und und was dann das ja wirklich alles mögliche an disney-figuren reingeworfen haben das ist ja einfach und und was dann halt auch so dass das wirklich an selbstbeweicherräucherung und wir trauen uns trotzdem nichts so das übermaß war fand ich dann noch wo dann halt so am gesagt wo dann so ich glaube nach dem song oder vor dem song ich weiß nicht mehr wo dann so irgendwie die mickey maus parade film kommt und du siehst diese leute von mickey und donald und goofy so der boss kommt und dann siehst du halt dass es eigentlich bad ist der sich als mickey maus verkleidet hat und sagt so ha ha arbeitet doch jetzt mal leute hier und dann steht daneben tingeltang und sagt mensch ich kann nicht glauben dass sie damit durchkommen ich denke mir so bruder das ist nicht damit durchkommen das ist lahm also das ist ja ja was was ich damit sagen wollte dass das ist ein beispiel für eine wo es wirklich nur bereicherung ist wo es eigentlich nur ganz schlimm ist also das gegenteil von one piece fanletter in dem fall ja das ist aber auch hier so ein trend teil wo die großen mega firmen ihre unglaublichen mengen an marken diese gesammelt haben unbedingt abzeigen müssen weißt du so egal also besonders wenn das ist meistens einfach nicht zusammengepasst hauptsache ist zusammengeworfen und einfach mit dem brei die leute locken es funktioniert ja leider gottes gut aber es ist eine absolute ja es ist ein schauerspiel wirklich ein trauriges schauerspiel ja was ich dadurch sagen möchte ist gerne mehr wie one piece fanletter weniger wie plusversary war aber wir wollen es positiv halten also one piece fanletter sehr schön animiert wenn man one piece mag kann man es auf jeden fall empfehlen wenn man keine ahnung wenn man so nicht so in one piece drin ist würde ich glaube ich nicht schon weil da ist halt sehr viel es gibt nicht so viel kontext gegeben dass das finde ich nicht ganz so gut aber es ist es läuft doch oft es läuft auch nicht so wichtig heutzutage wie willst du auch irgendwas zu one piece produzieren ohne dass kontext gegeben wird dann also es ist möglich definitiv wenn du einfach nur genug kreativität da reinsteckst man hat diese eine kinofilm der one piece film red hat ja unglaublich viele leute angesprochen weil halt ja klar mit mit einer sängerin die beliebt ist schafft man das dann ist es nicht so wichtig dass one piece da mal irgendwas dazu wissen muss oder hat gehört ja ja ich habe da noch was ich hätte ich bin ich bin weiter wieder netflix am erkunden und habe etwas aufgeholt und zwar kengen ashrer die zweite staffel du auch sehr gut sehr gut aber ich muss sagen ich habe es noch nicht zu ende geschafft weil ich ist ich habe gemerkt das ist wirklich zu lange her die erste staffel kann bei 2019 raus also habe ich noch das war mein gleiches problem also ich habe jetzt zwar zu ende geguckt die 28 folgen die zweite staffel insgesamt ist ja aber das ist halt aber das problem ist die macht zu einem auch nicht einfach wieder rein zu finden es geht halt einfach weiter als wenn ich es gewesen genau genau und wenn man das das letzte mal halt 2019 geguckt hat als die erste staffel halt raus kam dann ist es ein bisschen verwirrend so wer waren die alle noch mal was was geht hier überhaupt los ja ich konnte nicht ich musste in die alten folgen noch mal reinschauen deswegen bin ich mir so erst so ich glaube zehn oder zwölf episoden in den zweiten teil drin aber ja ist ja eine immer noch geile sache aber es ist cool dass es zu ende gebracht haben es ist zu ende jetzt okay das ist natürlich super es ist nach wie vor eine tolle gewaltorgie also es ist nach wie vor halt sehr brutale kämpfe die halt holler animiert sind also das cgi sehr effektiv nutzen wir von den charakter modellen um halt unterschiedlichste moves irgendwie zu zeigen auch in unterschiedlichen kampfstilen und hat halt nach wie vor einfach diese diese tolle underground kämpfe stimmung so ich finde wie die wie die immer wie 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 in so wrestling matches halt präsentiert werden die kämpfe dann reinkommen mit der musik und allem die 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 anrede immer macht mit ihrer death metal stimme das hat so eine geile stimme allgemein die halt die announcerin die hat hat so eine krasse performance in dieser serie aber wenn es halt um die eigentliche story und so ging da war ich wirklich ziemlich ziemlich lost so jetzt in der zweiten staffel weil das problem ist halt auch so in der zweiten staffel spielts dann halt jetzt so in den finalen runden also die erste staffel hat ja wirklich die ganze etablierung von allen wichtigen charakteren abgeschlossen ja in der zweiten staffel geht es dann jetzt nur noch um figuren die halt vorher alle vorgestellt worden sind in der ersten staffel es kommen keine neuen mehr halt hinzu weil die ganzen erst nominierungskämpfe halt vorbei sind und da die zweite staffel einem da halt so kein bisschen irgendwie hilft wieder rein zu finden war war ich bei vielen figuren und 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 so vor allem der eigentlichen story habe ich einfach nicht mehr so richtig reingefunden leider ja es ist auch die menge an charakteren die haben ja genug schräge kämpfer um damit ein locker ein ganzes prügelspiel auf die beine zu stellen auf jeden fall ja wie viel waren es ist über 30 stück ne es sind ziemlich ziemlich viele auf jeden fall ja also es könnten über 30 sein ja okay jetzt nicht wundern einige davon haben sie ja relativ schnell abgefertigt weil das muss ja auch sein müssen ja auch irgendwelche am anfang gleich niedergemacht werden aber also bist ja trotzdem noch im viertelfinale dann in der zweiten staffel das heißt 16 kämpfer hast du trotzdem immer noch ja was auch eine gute anzahl immer noch an figuren ist die hat alle gegeneinander kämpfen was die ganzen nebenfiguren die ganzen chefs von den firmen den großen reichen ja es ist nicht so einfach den überblick zu behalten ist gott sei dank dass die story dann nicht versucht irgendwelche großen also bisher zumindest nicht weil wo ich geguckt habe irgendwelche wendungen oder zwist oder komplizierte hintergrund sachen mit einzubauen es ist alles relativ simpel ja es ist ziemlich straight forward die leute kloppen sich halt auf die fresse ja ich meine es passiert einmal am ende der so sonde in der mitte gibt es halt so eine art putsch versuch um das ganze turnier auf den kopf zu stellen ich meine das ist ein anime und turnieren anime laufen meistens nicht 100 prozent rund also irgendwas muss dazwischen kommen aber ansonsten ist es halt wirklich die ganze zeit einfach nur dieses 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 turnier also da ist es halt wirklich sehr straight forward und geht halt um die beziehungen zwischen den ganzen figuren halt außerhalb der kämpfe und halt was sie sich da im regen dann letztlich bieten wie das irgendwie mit ihrer hintergrund geschichte oder so zu tun hat aus welchem grund sie kämpfen und alles sowas das ist jetzt halt im prinzip nichts so besonderes was halt kengan ashe da aber halt einfach so besonders macht ist halt einfach wie drüber das ist ja es ist halt der beste bucky klon den wir bisher hatten ja es ist nicht so drüber wie barki also auch von der brutalität obwohl es kommt recht nah dran und es gibt halt schon einige heftige szenen auf jeden fall ja ja also da natürlich ist es oft so gemacht dass die leute das überleben egal wie seltsam das auch ist wenn sie dann so halb zerstückelt sind das überleben wir und in ein paar tagen kämpfen wir bei dem nächsten kampf weil das halt ja das halt ja gerade schnell ne gebrochene gerade gegen gegen richtung ende spielt das schon eine rolle dass die die figuren da halt schaden von den vorherigen kämpfen mitnehmen ja es ist nicht so wie bei barki wo dann teilweise leuten die sehnen durchgetrennt werden und dann ja aber ich kann meine hand irgendwann später doch benutzen wenn das wieder heilt das hat das nichts mit der realität zu tun ja so insgesamt ich weiß halt das ist halt jetzt so ein problem irgendwie für mich weil ich dann einfach nicht so richtig weiß was ich jetzt von dieser zweiten staffel halten soll also das ist halt auch der grund warum ich bei anime halt immer warte um die hand am stück zu gucken damit halt genau sowas nicht passiert dass ich mich an nichts mehr erinnern kann weil ich bin einfach so raus dass ich auch das gefühl habe keine faire bewertung oder so gegenüber der serie irgendwie äußern zu können es ist ja ich könnte jetzt nicht sagen wenn ich das jetzt einfach am stück geschaut hätte ob es mir wahrscheinlich einfach alles genauso gefallen hätte wie halt die erste staffel das kann ich ich kann ich kann dieses judgment grad einfach nicht machen weil es halt weil mir diese emotionale verbindung zu diesen figuren hat so jetzt einfach gefehlt hat aber ja du es ist jetzt fünf jahre lang hat es gedauert bis sie komplett war die serie das ist schon relativ lange natürlich sehr schön wenn es so ohne probleme gehen würde dass du so eine 52 episoden serie wirklich am stück hast dass sie in einem jahr fertig wird das wäre dann einfacher aber ist halt nicht mehr die heutige welt ja ich würde ich würde es trotzdem einfach nur an dem rohen spaßfaktor aufziehen bei kangarnasch oder weil alles andere ist ja nicht wirklich so wichtig oder so besonders bei dem ding das ist es ist sehr spaßig wie sie die kämpfe ausgezogen haben und wie viel abwechslung die da reingebracht haben weil nicht jeder kampf ist so ein ultra brutale ding ne einige sind auch einfach nur spannende wettkämpfe oder teilweise ja teilweise vollkommen plan plan fantasy martial arts aber andere sachen sind auch ziemlich gut in mit ein bisschen realismus unterbaut so dass wir glaubwürdig sind und dass auch man als kampfsport fan seinen spaß mit haben kann ich glaube den verrückten kampf hast du noch gar nicht gesehen also es gibt einer der ist einfach also der ist selbst für kangarnasch oder ist der einfach ist der einfach welt was da passiert da freue ich mich drauf weil in den ersten zwei staffeln hatten wir schon einen charakter der aus seinen unterarmen knochen rausgefahren hat die er sich selber da rein plantiert hat ja so knochen klingen es war schon schräg genug das gerät ja oder der eine der kommt ja jetzt auch nur so so weil er auch schon ausgeschieden ist in der ersten staffel kommt der in der zweiten auch nur so am rande vor aber dieser typ der sich ja immer die knochen von geburt an hat brechen lassen um dann harte knochen zu haben ja ja weil die jedes mal härter werden wenn nachdem sie gebrochen hat ja natürlich die die wunderbare super logik hier was dich nicht umbringt macht dich stärker und so ich muss sagen ja es hat ein ende also ich weiß nicht ganz was ich zu vom ende halten soll weil das 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 hat ein ende wo ich mich halt frage einfach was der narrative sinn dahinter ist das passiert was passiert ich will es jetzt natürlich nicht sagen aber es ist halt schon so 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 also ich will nicht sagen warum also das ist so ein bisschen die frage warum also hat es die figur jetzt so verdient dass das jetzt so passiert so so in die richtung ach so du meinst ob da irgendwie also es fühlt sich nicht anders wäre ein größerer sinn hinter ganzen geschichte gewesen aber ja okay ich meine es hat ja noch der manga hat ja noch einen nachfolger der bis jetzt immer noch läuft ja auch schon bei 22 bänden ist meine güte der hat im endeffekt der nachfolger hat angefangen noch bevor der anime so rausgekommen ist also zum ersten ja ja aber trotzdem also es ist es hat schon unterhalten ist es halt nach wie vor einfach eine tolle gewaltorgie also wenn man das halt mag dann sollte man halt einfach ein kängeln hast du da mal reinschauen wenn man halt die erste staffel gestellt geschaut hat und bisher nicht mitgekriegt hat dass die zweite rausgekommen ist weil netflix halt content nach content rausballert die erinnerung ja kein ganzes oder ist jetzt tatsächlich zumindest die serie zu ende und dies an sich ist ist ja auch geschlossen also das ist jetzt schon so dass dann auch der kängeln omega manga also die fortsetzung dass es wieder einen neuen story arc anfängt einen komplett neuen ja ich frage mich ob ich da mal reingucke wenn ich die serie zu ende habe ob mich das dann noch reizt weil ich mag zwar mein kung fu ich liebe es aber ich bin ehrlich gesagt nicht so auf die brutale turniere scharf ich meine ich habe schon genug von den dingen gesehen angefangen mit blood sport in den 80ern jean lord verdammt das riesen einfluss irgendwie auch war obwohl das kein guter film war trotzdem hat er eine menge menge sachen beeinflusst ich meine davor waren kung fu filme größtenteils so die rache filme noch ein paar andere sachen waren dabei wie diese die volkshelden filme leute die halt irgendwie ja gegen unterdrücker kämpfen oder die durch die gegend ziehen und einfach gute taten verbringen und bösewichte zusammen kloppen aber so die turnier dinger die die kam irgendwie erst später und ich glaube da sind auch ein bisschen die japaner mehr dran schuld an dem blutsport kram und an dem sachen wo halt model kombat sich zum beispiel da aufgehangen hat dieses ganze ich glaube k1 hieß es dieses mixed martial arts das ein bisschen heftiger war das gab es ja viele jahre ich glaube sogar jahrzehnte ist glaube ich ende der siebziger angefangen hat schon in japan bevor das in der rest der welt irgendwie interesse groß erweckt hat obwohl ja man kann auch sagen dass es in russland ist auch gab da gab es dieses kombatsambo aber das hat regeln das hat regeln da wird an der unterbrochen das ist ähnlich wie judo nur halt mit vollkontakt schlagen deswegen deswegen nicht so viel feuer für kampfkunst hier ich kann nicht so viel dazu sagen muss ich zugeben ach ja ja also ja gut dann versuchen wir es mit was anderen versuchen wir euch mit was anderen zu ködern ich glaube da muss ich aber gleich was gutes rausholen aus dem sack ich habe nämlich angefangen dann daran zu gucken und dann dann ist ja ein sehr heißes gerät es ist ja auch als manga sehr sehr bekannt aber ich werde trotzdem mal versuchen nicht so viel zu spoilern aber ich muss schon ein paar sachen dazu sagen das gerät ist sehr wild es ist ja wie als als hätte science sorrow sich ein trigger-anime angeguckt wie killer kill oder guren lagern und sich gesagt das können wir auch aber wir machen es auf unsere art und weise und im endeffekt ist das dann 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 ist so durch und so provokant und so wild und kreativ ich weiß nicht ob der mangaka genauso aus derselben ecke da gestammt aber ich kann es mir gut vorstellen ich glaube nicht dass design saru leute das alles dazu gedichtet haben aber es ist ein totaler fiebertraum das gerät die als wir darüber geredet haben in den nachrichten dann war auch die zusammenfassung bewusst so ein bisschen vage gehalten unser pärchen dass der eine glaubt an ufos ist das mädel glaubt an geister und stellt sich heraus beides gibt es wirklichkeit und die werden irgendwie dann mit abenteuer drin verwickelt das ist wirklich sehr oberflächlich also da passiert da gibt es eine menge action sehr viele action also da werden leute verflucht sie bekommen kräfte oder sie hatten kräfte die sie jetzt wieder aktivieren und die kämpfen andauernd um ihr leben also ist nicht einfach nur so die haben witzige lustige abgetruse abenteuer und ein kleines bisschen romantische komöde zwischendrin nein das ist das ist sehr trigger die halbe welt geht manchmal unter wenn die da loslegen ja ich habe jetzt so ich habe ich habe jetzt auch schon einiges davon gehört und es ist ja auch sehr ernst auch teilweise ich meine die erste folge fängt ja direkt an mit dieser versuchten vergewaltigung also der text ist ernst aber die sache ernst die szenen ist ja das ist das ist so dass das interessante weil bei diesem jungen da ist ja sein penis irgendwie gegen so ein roboter ding glaube ich irgendwie ausgetauscht wurden oder so von dem was ich gehört habe ich glaube ich sollte ich nicht korridieren ich lasse dich einfach so in der annahme ja der ist auch irgendwie ein alien ach keine ahnung ganz weirdes zeug was da passiert und ich meine aber jetzt auch die aktuellste episode habe ich halt gehört zumindest dass das das ganze internet zum einen gebracht hat weil es so eine tragische episode ist es ja es kann einiges das ding es kann auch diese kleines bisschen so romantische komöde kann das recht gut die zwei sind echt niedliche fuzzis das mädel und der jungen also ein kleines bisschen spoilern kann ich ja also sie zum beispiel hatten unglaublich schlechten männergeschmack also so richtig mies ihr freund der sie an in der ersten episode abserviert ich frage mich warum sie dem nachtrauert gott mädel wie blöd musst du sein das ist so eine sorte von raudi die der sie abserviert weil sie halt weil sie kein geld hat um ihn durchzufüttern das ist das ist nur einer der auf ihre kosten leben wollte und spaß haben wollte und eieiei und trotzdem holt sie den hinterher also die 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 ist die ist nicht zu retten in der wirklichkeit und unser kerli unser junge ist auch nicht besser ne der ist dermaßen am schwurbeln dass es schon fast wieder abstrus ist ne da würde alex jones sagen langsam jungen langsam jungen übertreibst nicht aber ja klar ja ich bin so gespannt drauf also ich mein kenske usche ost macht mich sowieso heiß dass ich bisher alles gehört habe klingt auch fantastisch wird ja erst mal zwölf episoden dabei bleiben ja das heißt also ich wundern mir danach eine zweite start angekündigt wird und dann bestimmt wird es mir das herz rausreißen diese nachricht ich würde trotzdem in stücken schauen einmal eine staffel und dann in die nächste kommt dann die nächste staffel wirst wahrscheinlich bei dann da dann nicht so lange warten müssen wie bei kengan usher ich meine das war jetzt eine wirkliche extreme wartezeit ne daher habe ich dir auch zugegeben dass es wirklich besser wäre zu warten auch wenn es fünf jahre wartezeit hatte der nachteil ist halt natürlich dann hast du es komplett vergessen und alles interesse daran ist auch möglicherweise schon wieder verschlogen es ist ja auch also ich glaube der maga kaiser vorher ein assistent gewesen von 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 fujimoto ja das ist wieder einer der irgendwie der kerl ist mit ein paar leuten zusammengehangen die total alles mögliche an bekannten sachen in letzter zeit geschaffen haben eine fuzzi war doch der der spy family gemacht hat der war auch der hat auch mit dem fuzimoto zusammengearbeitet okay was war es noch andere fällt mir jetzt nicht ein aber auf jeden fall aus irgendeinem grunde haben sich eine ganze menge kreative und richtig fähige köpfe da getroffen um den fujimoto herum fujimoto halt krasser typ ja hier dieses hell's paradise das war noch von einem assistenten von fujimoto ja ja das war auch ein erfolgreiches und gutes ding ja so ich habe mich jetzt bisher noch nicht so ganz mit da dann damit beschäftigt aber allein die beschreibung wenn kuchen lagern von science daru gemacht wurde das hat mich jetzt schon gehob muss ich zugehen es sind halt keine mecker es sind eher so mehr so übernatürliche kräfte und feits in der richtung hin aber ja wenn du also ich glaube dass wo ich es am ehesten ein bisschen vergleichen würde von wegen exzentrisch und der themen ähnlichkeit wäre halt die monogatari serie ähnlich exzentrisch und mit monstern und geistern und allmöchen kram und dieser action da kommt sehr her ja das dürfte eigentlich schon passend an also ich glaube nicht dass es leute gibt die da dem sofort von der bettkante stoßen würden den anime außer natürlich du magst so verrückte provokante sachen nicht und müsste lieber was entspanntes gucken das ist aber dann dann falsch wenn du was entspanntes haben möchtest also ich sag's mal so ich war ja auch schon im trigger podcast also müsste passen müsste passen ja dann im bergadok was hast du denn noch für uns parat jo also ich denke mir wenn wir schon bei paranormalen sind kann ich ja mal über versprechen was jetzt mal nach ewigkeiten doch mal nachgeholt habe ich ich habe ja mein backlog des todes von daher hat jeder hat jeder ja deswegen ich habe jetzt mal endlich mal die dritte statt vom ob psycho nachgeholt an heiß und ja mir hat die ersten zwei gefallen ich meine überraschenderweise sonst hätte die dritte nicht geschaut aber ja hat mir genauso gefallen also fand ich immer noch super die serie die war halt ein bisschen anders die dritte staffel ja sie war wie ein großer aufwendiger langer epilog ja das stimmt auf jeden fall ist gut also ich muss kurz dazwischen dazwischen krätschen weil ich gerade gepostet bekommen habe wo wir gerade eben bei dann dann waren hat hideo kojima hat jetzt auch episode 7 gesehen episode 7 of danada an acrobatic silky bei kiko und ino er was so aus dem brilliant it surpassed the boss okay jetzt genau also ja wie schon gesagt das macht das ist halt im prinzip ein ziemlicher epilog gewesen also es wurde halt vieles noch mal geschlossen was ja was er davor aufgemacht wurde der eine zum einen der brokkoli natürlich dieser gotterbaum da dann halt noch mal die ganze sache mit grübchen dass er ja eigentlich so dass er ja eigentlich antagonistische züge hatte dass er auch immer dass er auch nie wirklich dem abgebrochen hat dass er nicht gesagt hat ach weißt du eigentlich werde ich jetzt doch eigentlich versuche jetzt mal doch nicht mehr die weltsplashen sondern es halt doch immer wieder irgendwie drüber nachgedacht hat aber auch eigentlich keine große die motivation dahinter auch nicht mehr wirklich da war wie sich dann ja gezeigt hat so ein bisschen und dann hast du auch die diesen abschied fand ich immer noch super falls ihr euch daran erinnert ich muss ganz ehrlich sagen ich kann mich an mob psycho an die dritte start von mob psycho anhandel echt nicht groß erinnern ich weiß nicht mehr was da wirklich passiert ist also ich habe noch ein paar sachen im kopf wie zum beispiel wie sie den tornado in anführungszeichen aufgelöst haben also ohne was zu spoilern und die charakterentwicklung für viele der leute und ich fand es ist also schon sehr zufriedenstellend meiner meinung nach ausgegangen aber es war halt eine ganze menge seelensucherei ne ja aber in gewisser weise war es ja schon lange auch beim ob psycho so ja deswegen passt das dann ja auch und es war dann halt auch ein guter abschluss dass ich dann halt am ende ja doch wirklich noch mal mit mob als person ja noch mal beschäftigt hat ja wie es eigentlich in ihm selbst drin aussieht weil das ja auch lange zeit so ein bisschen so ein bisschen abgedriftet ist von der thematik die ja auch am anfang so ein bisschen ja auch am anfang noch thema thema war deswegen war es lustig ich finde es lustig dass sie es nicht mit einem mit einem großen finalen kampf beendet haben sondern dass sie halt sozusagen die die geschichte des charakters abschließen wollten zumindest diesen abschnitt seines lebens und ganz ehrlich dass es gewisserweise ein bisschen unerwartet gewesen weil mob psycho war ziemlich heftig auf seine großen schlachten und spektakel konzentriert in den ersten zwei staffeln ja ja das stimmt auf jeden fall aber ich finde es wurde zumindest auch dennoch auch serientypisch ein bisschen aufgelöst dadurch dass besonders durch die person die es am ende dann aufgelöst hat nachdem alle anderen daran gescheitert sind ja aber und dennoch war es ja auch noch animationstechnisch wie immer auch super ja ist es ist es ist ziemlich hammer mob psycho ist schon ein vorzeige anime egal wie das dresden wendet ne ja aber er ist es es ist nicht so viel vergleichsmaterial zu ihm da ne weil der stil ist schon halt so eigenartig weil sie halt diesen simplen stil von dem zeichner von dem one da wahrscheinlich besser eingefangen haben als in anderen sachen von ihm obwohl er hat ja nur one punch man animiert bekommen und das ist ja das tut sich an den anderen zeichner dem manga zeichner da orientieren ich glaube das beste was du noch irgendwie vergleichen könntest vielleicht ranking of kings was ja auch auf einem sehr simplen manga aufbaut und dann ja auch viel rausgeholt hat insbesondere beim letzten kampf aus der ersten staffel das ist schon wahr und beide haben good boys drin also ja genau ich weiß gerade nicht was ich noch mehr sagen soll ohne zu viel zu spoilern muss ich zugeben ganz ehrlich aber ich merke gerade so wenn man über solche anime wie mob psycho redet dass ich nicht so wirklich die letzten zehn jahre anime richtig im herzen drin habe der überblick alles scheiße ich könnte ja eine ganze gute nennen logischerweise so sachen wie one punch man kommen sofort hervor an den kopf oder wie jujutsu kaisen aber es gab halt so viele brenner und burner dass ich manchmal ich hundertprozentig weiß was eigentlich meine lieblinge waren und wie mob psycho unter meinen lieblingen dasteht das könnte ich dir jetzt nicht automatisch sagen ich müsste ich auch drüber nachdenken also wenn wir jetzt auf die letzten zehn jahre gehen ich meine bei mir wird definitiv frankie of kings drin weil ich glaube ich glaube ich habe einen ziemlichen track record dafür dass ich diese serie mag ob psycho wird auf jeden fall auch irgendwo oben stehen würde ich sagen es wird hoch stein aber ich jetzt ich wüsste jetzt zum beispiel nicht ob mob psycho oder one punch man bei mir gewinnen würden wenn ich nur einen platz verges vergeben hätte weißt du ja ich meine one punch man ist nicht super gewesen in seinen nachfolge staffeln aber die erste staffel halt so super also die nachfolge dinge auch eigentlich nicht braucht das war unnötig ob psycho ist anders ich meine ich ob psycho ist nur rund weil zahl drei staffeln gibt ja ja ich glaube ich würde bei den beiden wahrscheinlich zu mob psycho tendieren aber jetzt auch nicht weil ich aber und punch natürlich auch ein super anime glaube ich glaube ob psycho trifft bei mir so ein bisschen mehr den nerv wahrscheinlich aber wahrscheinlich vielleicht liegt es daran aber wer wirklich schwer irgendwie einzuschätzen mensch da müssen doch beide serie doch mal schauen um das wirklich abzugleichen oh man ja du ich müsste eigentlich mal schauen was der manga im moment macht ich habe mich eine weile nicht mit ihm auseinandergesetzt er passt er tut ja gerade momentan neuen was manga basteln der heißt versus okay da sind vier bände bisher draußen aber ich weiß nicht doch doch der läuft im schonen magazin im monatlichen schonen magazin ich glaube das auch ein bisschen anders aber der wird aber nicht von ihm gezeichnet der wird nur von ihm geschrieben er hat auch noch einen anderen am spug ego der seit letztem jahr läuft den zeichnet aber auch nicht selbst ich frage mich ob er dann aufgehört hat mit zeichnen obwohl sein one punch manga ist halt noch nicht abgeschlossen obwohl mob psycho hat er abgeschlossen noch abgeschlossen bei one punch man zeichnet er überhaupt eigentlich jetzt auch nicht mehr was kann sein der webcomic obwohl hat er nicht vor einer weile wieder angefangen ja es kann sein dass es einfach nur eine gerüchte im internet war ja es ist schwer zu überblicken lassen wir erstmal außer vor ja okay dann wird es zeit über eine meiner lieblings spielereien zu reden die form einer amazon-adaption und zwar genau und zwar jakuza ich habe mir die live action serie zu zu jakuza angeschaut also like a dragon jakuza so hieß die serie jetzt glaube ich oder hieß jakuza like a dragon ich habe keine es ist seit dem rebranding es ist einfach nur verwirrend like a jakuza ja sie heißt like a dragon jakuza genau ja ach wo soll man da anfangen ich hatte mich ja durchaus darauf gefreut weil eigentlich so die handlung auch vom ersten jakuza ist schon durchaus was was man eigentlich gut auch als film oder serie adaptieren kann jetzt haben wir halten sechs folgen serie bekommen von amazon und die ist ziemlich weird schräg okay wie ja die hat einige wir der änderung im eigentlichen spiel in jakuza 1 ist es ja so das fängt jetzt erst 1995 an so eine 1995 ich glaube zu weihnachten spielts hat man ist der prolog da ist man als kiju unterwegs und und kiju ist vorher mit seinem besten kumpel nishiki und einem geschwisterpaar in so einer orphanage aufgewachsen was von kasama betrieben wurde einem jakuza einem ehemaligen jakuza boss und deswegen sind nicht die kiju und kiju auch schon in der jakuza und kiju ist halt unterwegs an weihnachten um für eine der beiden schwestern in dem er aufgewachsen ist sein love interest geschenk zu besorgen und als er dann bei der zu hause ankommt sieht er aber wie nishiki dort einen jakuza boss umgebracht hat weil der diese frau vergewaltigt hat und kiju sagt dann halt okay ich nehme die schuld dafür auf mich du hast das für mich getan den typen umzubringen du kannst hier weiter leben und ich gehe dafür in knast und dann spielt das ganze halt 2005 nachdem kiju aus dem knast rauskommt wieder und nishiki in der zwischenzeit zu einem riesigen player geworden ist in der jakuza und da kiju die ist kijus love interest und die tochter die jetzt aus dieser vergewaltigung heraus geboren wurde halt von nishikis geheimnis im prinzip wissen dass er damals derjenige war den jakuza boss umgebracht hat will nishiki jetzt auch seine ehemaligen freunde und die tochter halt loswerden und als kiju versucht man das ganze natürlich aufzuhalten also okay er will halt sein imperium behalten ne genau und dann jetzt wo kiju zurückkommt muss alles weg richtig ich habe gerade den trailer angeguckt während du erzählt hast und zumindest im trailer ist es nicht so schräg also was das ist jetzt auch nur was ich gerade zusammengefasst habe ist eigentlich wie die story vom spiel abläuft ja ja dann kommt halt die serie und ändert halt also alles was 1995 passiert ist also die ganze vorgeschichte wird auf jeden fall komplett geändert und so grob wird dann die haupthandlung von 1 adaptiert so was die serie dann macht ist dass sie in zwei zeitlinien parallel erzählt die sechs folgen lang einmal was 1995 passiert ist und also es bleibt dabei dass ki und nischiki halt gemeinsam aufgewachsen sind eine der beiden schwestern ist mit dem gemeinsam in der orphanage aufgewachsen und dann hat man eine neue figur ein weiteres mädel was mit denen gemeinsam aufgewachsen ist die dann später als der neue grund zu dem neuen grund wird warum nischiki in den yakuza boss oben bringt so ist so dass es halt noch so grob die gleichen ereignisse im prinzip passieren aber das alles aus unterschiedlichen gründen und jetzt spielt die story halt auch so dass 1995 ki yu und nischiki erst der yakuza beitreten in den spielen tun sie es ja dann bereits 1989 das spielt yakuza zero und diese ganze story aus zero ist damit halt nicht kanon in der serie aber gleichzeitig für das konzept von der story aus zero in der serie übernommen das weil in der story von zero geht es darum dass die yakuza gruppe zu der kio dann gehört den millennium tower bauen will aber es gibt ein kleines grundstück auf diesem gebiet wo sie den tower bauen wollen den die sie noch nicht besitzen und sie dann halt nach der person jagen die dieses grundstück besitzt und das wird dann halt mit eingebaut hier in die serie nur das ist jetzt halt 1995 passiert statt 89 und das ist aber auch komplett andere figuren sind die dieses grundstück besitzen ja das hören sich nach komischen änderungen an das ist schon recht war das hat dann doch wirklich an der story an sich nichts verändert dran oder es sind halt nennen ja es sind halt im prinzip also so 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 es grast so die ähnlichen story beats ab im prinzip aber der der ganze weg dahin ist halt komplett anders zu diesen einzelnen story beats und das ist halt ja warum sehr weird einfach ja wieso haben sie es dann so abgeändert ich weiß es nicht wenn sie sagen ah ja die eigentlichen story elemente die sind irgendwie so nicht brauchbar die müssen müssen möchten wir anders machen weil es dann besser halt in eine serie passt oder weil es dann besser hier irgendwie in die moderne zeit passt oder egal was immer ein grund es ist aber sie sagen wir wollen genau so wie yakuza sein nur wir dürfen nicht exakt so wie sie sein also müssen wir das ändern weißt du so wirkt es fast weißt du wir wollen exakt das bild aber dass wir es nicht genau das bild nehmen können zeichnest du es bitte nach und tust einfach die figuren auf eine andere seite stellen so ein bisschen dieses darf ich deine hausaufgaben abzeichnen ja ja er ist zu offensichtlich warum die das gemacht ja und und viele von diesen veränderungen sind halt auch ehrlich gesagt wirklich schwächer als im original so der grund warum majima sein auge in der serie verliert ist unglaublich lame während das in den spiel ein super dramatischer moment ist ist passiert sie halt wirklich einfach so fast einfach nebenbei es fühlt sich völlig belanglos an und und danach spielt manchmal auch eigentlich keine große rolle der kommt dann im endkampf kommt der einmal so so dann rein und sagt so hey kill you chan so wie es in den spielen immer tut aber in der serie ist es dann so warum ist er jetzt auf einmal schon so warum ist er jetzt schon der verrückte was ist passiert die war für vier folgen nicht anwesend wo kommst du plötzlich her oh mein gott da haben sie sich daran erinnert dass sie doch den fans was bieten müssen aber dann ohne kontext einfach eingeworfen ja also auch die die ganze story um den floristen ist super weird ne der florist ist seine in diesen der in den spielen eigentlich jedem spiel dabei ist der im prinzip überall kameras und kamo ruge verteilt hat und alles über den ganzen bezirken überall weiß und hier wird dann halt auch so gleichzeitig seine vorgeschichte dann mit erzählt in der 95er timeline die aber da auch wieder als super lame ist ich mein okay dies jetzt in den spielen ist sie auch nicht so besonders weil er halt schon so ein bisschen wie so ein kleiner arschloch in der vor seiner vorgeschichte sein soll aber es ist trotzdem einfach wieder wird dass sie das ist so so erst immer noch ein korrupter kopf in seiner vorgeschichte aber hier wird er dann plötzlich in dieser quasi jakuza zero vorgeschichte mit eingebaut wo er eigentlich vorher nicht drin gewesen ist aber das ist das ist so ein komisches durcheinander dass das das hat mir wirklich nicht gefallen und das ist generell ist es jetzt nicht so dass es irgendwie super schlecht wäre die serie weil ich finde die performance ist an sich sind gut so die figuren und die darsteller das passt eigentlich das sind ein paar nette kämpfe drin halt nie was so besonderes aber halt hier und da mal so so ganz nett das ende ist eigentlich sehr krass so inszeniert so dass da halt so am ende vom vom spiel ist es auch so dass da ein krisenkampf vor dem millennium tower stattfindet mit hunderten von leuten und das ist auch hier so oder so dass die da halt wirklich hunderte von kompassen einfach im hintergrund haben und das sind zahlreichen szenen wirklich wo 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 einfach ein haufen menschen da versammelt sind als auch wenn die die untergrund kämpfe dann machen was sie halt wo ich halt verstehe das ist so ein teil von jakuza wo ich verstehe dass sie das einmal eingebaut haben in die story aber wieder wie sie es eingebaut haben ist halt an sich wieder weird aber das ist so 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 ist die serie halt aber 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 da sind dann halt auch ein haufen leute die um diese box kämpfe dann drumherum stehen und da anfeuern und alles sowas ist es ist eindeutig sehr aufwendig produziert auch dass die für kamuro in der 1995 variante und in der 2005 variante halt zwei unterschiedliche aufwändige sets haben die halt auch zeitgenössisch dargestellt werden so mit den ganzen postern und sowas im hintergrund so das spielt ja den großen platz und in kabukicho und da da ist ja auch ein kino und sowas und da sind dann immer zeitgenössische kinofilme und so an poster da im hintergrund und am anfang rauben die so eine arcade aus in der 95 und dann ist erhalten virtuelle fighter poster hängt da halt überall und sowas und das ist also das ist auch eine schön ausgestattete serie an sich nur halt die handlung ist verstehe ich ehrlich gesagt nicht was die sich dabei gedacht haben man da kann ich mir gut vorstellen dass leute die null ahnung haben von den spielen eigentlich recht gut unterhalten sind von der serie aber für fans hört sich das schrecklich an ja ja so ist es also ich könnte mir vorstellen dass es einem vielleicht spaß macht wenn man keine ahnung hat von den spielen weil es an sich schon irgendwie natürlich eine inhärente story ist jetzt ehrlich gesagt mit diesen sechs episoden dann vielleicht ein bisschen kurz kommt vor allem dafür dass es halt einiges mehr hinzufügt als halt jakusa 1 eigentlich erzählt aber ja für mich jetzt als als fan halt im prinzip zu versuchen nachzuvollziehen was jetzt was jetzt teil von der adaption ist was sie jetzt versuchen nachzustellen an szenen aus den spielen und was sie dann jetzt plötzlich neu erfinden ist ja also so wirklich zufrieden würde ich sagen bin ich jetzt nicht unbedingt ja ich habe gerade auch mal nachgeguckt irgendwie die kritiker reaktion war auch nicht so großartig es war sehr lau warm ja gab es ja wenigstens folgte nebenmissionen dem film das ist leider auch was also das hätten sie schon irgendwie mal ich finde ich mit einbauen können so irgendwie ein paar sehen die hier und da mal ein bisschen nockere sind aber die serie ist halt die ganze zeit diese super melodramatische haupthandlung es ist keinerlei abwechslung da auch irgendwie titel drin an ton jakusa ist ja ein großer teil halt auch das ist halt einfach ein bisschen silly so abseits ist von der haupthandlung aber nee das haste ich ja nicht dass so hier ist es halt wirklich nur die ganze zeit die haupthandlung auf super ernst und melodramatisch getrimmt schade ja na gut da werde ich auf jeden fall als erstes mal die games spielen bevor ich dann lasse die serie erst mal links liegen ja muss ich auch machen jo matze willst du uns noch was bieten machen wir heute ohne pause einfach so durch ich hätte gesagt wir hätten jetzt noch eins gemacht und dann hätte ich pause aber wenn du jetzt schon pause haben willst dann können wir das auch jetzt schon machen ich kann auch jetzt schon meinen letzten raushauen und zwar ich habe von der neuen saison demon lord 2099 geschaut ja das einzigen was ich davon bisher mitbekommen habe ist dass toba von hololive canon in der serie ist und immer noch 2099 streamt cyberpunk welt steht auf youtuber und wie tuber ja es ist eigentlich eine serie bei der ich mir nicht sicher bin ob ich meinen spaß mit habe aber sie macht die sache schon anders als erwartet es ist ja so ein typisches isekai artiges gerät aber nicht mit reinkarnation sondern halt wieder mit einer art von zeitreisen die die typische billige und mittlerweile auch wirklich total nervige fantasy klischee scheiße von wegen großer dämonen herr und lord und große held kämpfen gegeneinander und sagen so oder wascher voll stark und ich habe voll respekt für dich aber ja der dämonen lord muss halt besiegt werden und 500 jahre später wird er wiederbelebt weil ja der ist wie dracula der sterbt nicht einfach so die welt ist ganz anders wie er sich das erwartet hat weil in der zeit wo er tot war gab es so ein isekai unglück wo die fantasy welt mit unserer modernen zusammen gestoßen ist und verschmolzen ist das war eine riesige katastrophe von unglaublichen ausmaßen der so richtig apokalyptisch war wo die menschheit auch ja die größte als ihre bevölkerung verloren hat und sich das alles irgendwie so langsam aber sicher vermischt hat und bis dann halt ja die welt wieder aufgebaut wurde aber halt in so einer konzern dystopie cyberpunk mäßig na jetzt alles aufläuft und da wacht er auf drin und ist eigentlich geliefert weil er ist zwar immer noch mit seinem wissen und fähigkeiten ausgestattet als großer magier aber da die quelle seiner kraft ist halt nicht mehr da menschen glauben halt nicht mehr an ihn kennen nicht mehr ihn das ist nach dem prinzip aufgebaut dass von wegen dass sozusagen diese mythischen figuren oder götter eine gewisse art von ruf brauchen dass die leute an ihn glauben oder ihn fürchten und keine sau kennt mehr den dämonenkönig das ist alles ja die welt hatte schlimmeres oder wichtigeres zu tun in den letzten paar hundert jahren und dann ist er vergleichsweise schwach und seine alten untertanen die leben immer noch weil es halt unsterbte dämonen sind und die haben sich natürlich hier dann so die konzern macht unter den nagel gerissen dann teilweise und haben technologie entwickelt die leute des magie nutzen einfacher machen also jeder daher gelaufene futzi der ein bisschen magie benutzen kann weil elfen zwerge und sonst was springen da halt auch rum ist halt so eine mischwelt ist jetzt irgendwie schneller im sprüche ablassen als unserer großer dämonenkönig und dann ja er ist so ziemlich am ende an einem boden er hat nur noch einen einzigen untertan die die ihm sozusagen hilft aber die ist halt auch im endeffekt am boden die hatten super billig job und die lebt in einem ja in dem appartement das im endeffekt nur ein kleiner ein kleines zimmer ist und ja der mann versucht positiv zu nehmen und sagt einfach ja irgendwie müssen wir uns durchschlagen also gehe ich mal ein bisschen jobben das erste was er macht dass er auf die straße geht und nur laut brüllt hat jemand arbeit für mich das funktioniert natürlich nicht so da geht er zum arbeitsamt und legt seine was weiß ich wie viele hundert jahre an erfahrung vor was er alles gemacht hat ja ich habe ein ganzes imperium geführt ich habe führungserfahrung ich habe das und das ich habe volles wissen über magie und ei etc für mich auch und ja ja ich habe keinen job für sie können sie vergessen weißt warum weil er sich nicht das implantat reinmachen kann dass alle anderen reinmachen können um schneller magie zu benutzen kommt da kein job er ist inkompatibel damit es allergisch auf die scheiße und jetzt ist er geliefert was macht er er wird auch zu einem streamer um mehr also von von der ganzen idee von wegen wir machen jetzt irgendeinen blöden isekai kram halt mit der power fantasy und dem wilden zusammentreffen von magie und technologie und anderen und anderen kulturen wird es zu einem ja der scheiß ist vorbei jetzt gehen wir erst mal jobben anime was irgendwie ein bisschen komisch ist mich hat das ein bisschen kalt erwischt diese wendung ja ja also ich weiß noch nicht genau wie das weitergehen soll oder ob ich das überhaupt weiter gucke aber es ist auf jeden fall anders es ist auf jeden fall anders als ich erwartet habe und anders als die ganzen anderen fantasy rotz sachen der letzten zeit also wie es bisher klingt kann es natürlich dann jetzt so zwei wege gehen entweder er geht dann full streamer man erlebt das alles oder irgendwann lohnt sich nicht und dann muss er noch mal einen neuen job suchen so ein bisschen ja donald duck mäßig so ein bisschen ich weiß es nicht genau was passiert es gibt es gab ja diesen einen fantasy anime wie hieß es das level one demon lord und one room hinu das auch so ähnliche stimmung hatte dass halt ja jetzt alles vorbei ist und der dämon lord ist halt wiedergeboren worden aber ist halt schwach und der einzigen menschen die er noch kennt auf der welt ist der der held der ihn besiegt hat aber der ist halt so mittleren alters hat keinen job und gammelt so vor sich hin und während seine ehemaligen kollegen irgendwie die ganzen regierungen und alles schmeißen und teilweise total bestechlich und korrupt sind und ja erinnert mich sehr an die serie und die habe ich eigentlich echt mit spaß gehabt ne fragt mich ob das klingt auch so ein bisschen wie beville so partheimer ja so ein kleines bisschen die fallen alle ungefähr in so ein ähnliches genre von wegen der am boden angekommene dämonenkönig ne es wird dann mehr zu so einer art von slice of life komödie und dann ne als dann irgendwie eine fantasy action serie obwohl wer weiß wie sich das entwickelt hier ich habe bisher nur ein paar episoden geschaut klingt auf jeden fall auch ganz nett ja fällt auf jeden fall ein bisschen heraus aus dem ganzen kram ich meine ist diese diese saison nicht viel anders als die saison vorher auch wir haben unseren müll ne wir haben unsere großen isekai nachfolge auch jetzt schon wieder rezero ist schon wieder dabei und es ist so lange her wieder seitdem die letzte staffel von rezero lief oder die erste ich habe auch alles vergessen schon wieder von dem kram ich könnte da jetzt nicht reingehen ich müsste von vorne anfangen du rezero war wenigstens eine recht gute serie die war dramatisch und erzählerisch spaßig hauptfigur ja okay so so wild furchtbar fand ich nicht es gibt viel schlimmeres es gibt viel schlimmeres kirito ist gleich 500 mal schlimmer also okay ich würde sagen wir machen an der stelle eine kurze pause und dann hört ihr uns gleich weiter über an mir meckern hi willkommen zurück zu 246 namen islam podcast wir kommen von dämonenkönigen in der zukunft der zu im packer talks ja also ich rede jetzt über basketball leicht anderes thema ich hatte zum zweiten mal zu genaßen aber ich habe bisher noch nicht darüber geredet also rede ich jetzt darüber der lief vor das ist ein halbes jahr sein mal hier in der stadt in so einem japanischen filmfestival konntest du dann in sagen wir mal im kino schauen und da hat er mir halt schon sehr gefallen und ich durfte das war ganz cool als wir raus sind haben hat noch gesagt wir haben ja noch so poster rumliegen wenn ihr wollt könnt ihr eins gerade mitnehmen deswegen habe ich auch so ein filmposter von the first slam dank hier rumliegen dass ich das hätte ich auch gern ich muss das nur noch aufhängen und ja der film hat mir halt so gefallen dass ich jetzt als ich letztens erfahren habe es gibt eine dvd und blu-ray jetzt davon habe ich jetzt noch mal habe ich jetzt noch mal die blu-ray gekauft und ihn jetzt noch mal geschaut ja für die zuhörer wo geht es da slam dank also es basiert natürlich auf dem manga slam dank und im kinofilm hast du halt zwei story ebenen zum einheit das basketballspiel der shooku schule gegen die sanos schule ich habe es oft nicht mit namen das müssen jetzt gerade das problem also ist es unsere helden gegen sind es ihre erzfeinde ich glaube die wurden immer so hoch gehypt als die besten so dass das ist so die die von dem man schon erwartet dass sie siegen werden weil sie die jahre immer gewonnen haben die favoriten ok genau und was und gleichzeitig hat man halt eine storyline jetzt nicht von dem protagonisten den man sonst immer hat dem sakuragi sondern halt von rio da wenn ich jetzt nicht vertue wird vom namen her rio da geht es einfach mal ansonsten wenn ich falsch lege könnt ihr gerne einen kommentar und in den kunden reinschreiben und halt riotas geschichte wir wo er halt sein vater verloren hat sein bruder verloren hat wie er damit umgeht wir zu dem zeitpunkt gekommen ist wo er jetzt gerade steht wo diese entschleiden wo sie das entscheidende basketballspiel ist und ja ich finde ich zum einen finde ich das ist halt super zusammen eingefügt halt dass das man hat zum ein das was die unterhalt des spiels denkt und was wie seine geschichte ist das ist super zusammenfasst zum anderen finde ich auch dass die anderen figuren jetzt auch nicht zu kurz gekommen sind also jeder hat so seine seine momente was halt auch super ist und jetzt mal einen kleinen bogen zu und bis fanletters zu schlagen dass man halt auch hier gut reinkommt ohne groß was über slam dunk zu wissen also ich persönlich habe ich glaube zwei drei von den alten manga bänden gelesen das ist das ist mein vorwissen von slam dunk und ich bin trotzdem hier komplett rein gekommen so dass ich sage ja ich kenne diese figuren jetzt ich habe ein verständnis dafür wie die drauf sind so das fand ich auch halt ich gut also auch wenn man jetzt dann keine ahnung von slam dunk hat kann man ja auf jeden fall einschauen und gucken ist das was für ein und ja die animation war halt auch super so ich finde halt auch so dieser 3d approach ist glaube ich ja auch der beste weg einfach um in us artworks glaube ich am besten umzusetzen wenn zumindest so oft so auf so einem dynamischen level weil wenn du so ganz bewegen willst und jetzt nicht irgendwie drei millionen drei milliarden dollar an animations geld verschleuten verbrennen kannst in ue ist realistischer und aufwändiger stil so richtig gutes baseball spiel dann voll per hand animieren machbar aber das wäre ja das wäre außerhalb von so einem normalen produkt das wäre schon wie ein kunstfilm wo die leute jahrelang sich drin versteigern würden ja auf jeden fall das einzige was dann immer ein bisschen herausgestochen hat für mich war so ein bisschen wenn es dann auf die 2d animation so gewechselt hat weil das bringt mich persönlich immer ein bisschen raus weil ich dann so erkenne okay hier ist 3d ist 2d das ist ja schon unterschiedlich aber meine güte ich will jetzt dann dass wir jetzt auch meckern auf hohem niveau ja aber also gerade noch zur ersten hälfte des films habe ich mich im kino ich habe es im kino gesehen auf der großen leinwand auch immer wieder eigentlich so gefragt wo ist das jetzt 2d ist es jetzt 3d weil ich fand die beiden stile ging schon sehr hand in hand also sie gehen auch auf jeden fall sehr hand in hand so ist es nicht ich persönlich sehe dann so gewissen unterschied sehe ich da immer noch so ein bisschen aber wie gesagt ist jetzt auch nicht so dass ich dann das jetzt nicht so auf einem niveau von so einem was weiß ich 2000 anime wurde und sagt okay ja das ist das dass diese computer animations maschine und das ist der gezeichnete figur daneben das ist das geht sehr nahe einander auf jeden fall aber wie gesagt das wäre auch meckern auf hohem niveau aber die animation besonders halt auch in dieser letzten minute wo sie spielen wo sie noch gespielt haben geht das ja noch mal dreht das ganze noch mal richtig auf an der dynamik und dem tempo und wo du auch wirklich mit fieberst weil zumindest ich auch weiß slam dunk ist jetzt auch nicht gerade eine serie wo die wurde wurde er wurde das protagonistenteam immer gewinnt wo ich dann denke oh gott werden sie es jetzt wirklich schaffen oder doch nicht das hat das ganze darum fand dadurch war das ganze dann noch mal gut echt gut gemacht also mir hat persönlich hat er echt gefallen ja ich meine ich mag den auch sehr gerne sehr vielen leuten sehr gut gefallen das gerät bald bald ist es zwei jahre her dass der zum ersten mal in japanischen kinos lief ist ja ein dezember film meine fresse die zeit vergeht obwohl ja da wurde halt so viel geredet über den film weil es so ein massiver erfolg war das ist nicht wirklich so lange her also es wirklich so als wäre es so lange her auch wenn es zwei jahre schon verbanden sind weil es ist immer noch sehr stark im gedächtnis der name ist er jetzt der erfolgreichste animations film aus japan in den letzten fünf jahren ich muss jetzt mal nachgucken aber es gab so viele ich glaube nie können wir vorstellen der junge oder so sicherlich wieder oh ja okay susume war größer genau der herren war größer mein gott die letzten fünf jahre waren einfach so monströs aber ja er hat sich nicht schlecht geschlagen auf jeden fall auch gegen die andere giganten und wir hatten riesige giganten der oneplus film red war fast so groß ne der war auch aus dem selben jahr und ja okay dann dann wird es ein bisschen karger um die große obere ecke aber trotzdem das wirklich in den besten zehn filmen also erfolgreichsten zehn filmen der japanischen filmgeschichte der animationsfilme eins zwei drei vier fünf sechs stück von zehn aus den letzten fünf jahren war ist nicht normal was zum geier was soll denn der unsinn ja und da ist der first slam dunk mit dabei ja es ist wirklich also es ist wirklich toller film also ich hatte auch keine ahnung vom slam dunk ich habe vorher noch nie was dazu gesehen und gelesen kann da direkt rein weil er halt wirklich so gut erzählt ist weil er halt eben die clevere entscheidung trifft eben die geschichte aus einer anderen perspektive zu erzählen also aus der perspektive von einer der figuren die sonst nicht so im fokus stehen und mit seiner halt wirklich tollen emotionalen hintergrund geschichte ja einfach ein wunderschön aussehender film mit einem tollen soundtrack nimmt einfach eine tollen geschichte ist echt jetzt die frage bei diesem giganto erfolg von einer marke die eigentlich schon was weiß ich 30 jahre alt die ist aus den 90ern ja also so 30 jahre ja so sein da das ist jetzt die frage ob mehr slam dank kommt ich glaube der der autor der original autor der mangaka der der wurde schon natürlich von den interviewern genervt dass das angeht aber er hat sich nicht festlegen lassen er hat es weder dementiert noch bestätigt so mal weg er bauen bei dem morgen ich wollte sagen inu ist da glaube ich auch sehr die die ruhe in person hat weg er bauen muss ja noch gemacht werden real muss ja glaube ich noch gemacht werden ja real läuft auch immer noch so ich glaube wenn den jemand fragt was das weiter da lässt er sich nicht mal aus der ruhe bringen ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher weil ich den manga nicht komplett kenne ich weiß es nicht ob der first slam dank sozusagen auf material aus dem manga basiert doch doch der adaptiert das finale der adaptiert das finale okay okay also ist nicht so dass sie sich da was zusammen gereimt hätten okay na ja fein okay cool und ich finde auch man konnte auch so diese dynamiken zwischen den anderen figuren auch alle so direkt verstehen sage ich mal oder so diese diese jahre an aufbau direkt merkst sage ich mal wenn jetzt irgendwie sakuragi da mit dem dinge sich ein scherz mit dem chef erlaubt und du weißt du direkt ja okay die sind so miteinander es ist so ein bisschen wie wenn du in so einen lupin film reingehst und du weißt direkt wie senegata drauf ist zu dem ersten moment in dem mal lupin schreit weißt du wie er darauf ist so ein bisschen ja das ist schon cool ich frage mich ob ich jetzt slam dank mehr haben möchte nach dem neuen film oder ob eigentlich das völlig in ordnung ist dass sie jetzt mal einen film gemacht haben und dann kann slam bank wieder in der versenkung versinken keine ahnung ist okay damit wenn dinge einfach mal aufhören ja ich meine hier in deutschland kannst du zumindest auch jetzt den manga ja kaufen ich kann mich an den ersten versuch erinnern das ging schief ja es gibt jetzt ja auch zumindest die zweiten jetzt noch ja ich hätte von den von den alten bänden habe ich im warum nicht ich habe noch den mir von den neuen mal eingekauft die 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 übersetzung ist auf jeden fall anders gemacht wurden sagen wir es mal so ja okay okay jetzt halt über was weniger tolles zu reden und zwar über schicka noko 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 kostan dann da gehen die meinungen auseinander ich mag die serie ich find die cool ja ich habe mein dear friend nur gut angeguckt das war's also ich hatte schon mitgekriegt so ne während der so dann lief das war halt so es waren die leute so okay ist ja jetzt doch nicht ganz so lustig wie der trailer und ich habe es mir jetzt angeguckt halt so in der erwartung von da sind bestimmt noch ein paar nette gags drin so ne ist halt jetzt nicht hammer die ganze zeit aber lache ich bestimmt hier und da mal und dann habe ich das nicht das hört sich nach dem problem an dass du hast also ich finde ja ich finde das ist also von der comedy her ist es keine gut gemachte serie also es ist an sich eine gut produzierte serie das ist ja auch von wood studio und das ist gut animiert und gezeichnet und auch vom stil her so mit diesen realistischen cgi-hirschen da mittendrin in diesem chaos ist irgendwie ganz witzig aber das ist halt vom humor her ist es halt einfach nur die ganze zeit eine dauerbeschallung an punchlines und das ist so ermüdend auf dauer das ist es einfach wäre das wäre das eine kurze ihre so wo eine folge irgendwie nur so 45 minuten lang gehen würde dann wäre ich glaube ich deutlich positiv eingestellt aber ich habe da jetzt halt die zwölf episoden gesehen und ich habe halt einfach gemerkt wie mit der zeit ich immer genervter von der serie geworden bin weil sie sich halt einfach nicht irgendwie weiterentwickelt hat sondern es ist die ganze zeit nur punchline nach punchline nach punchline und wenn man das dann so vergleicht mit so eine serie wie nichijo zum beispiel was am ehesten eine serie ist womit man das so vergleichen könnte so halt irgendwie ne halt mädels die halt irgendwie in irgendeinen bullshit machen dann nichijo ist ich bin jetzt auch keine riesen nichijo fan aber ich mag nichijo dann doch schon also fand es immer noch eine gute serie und das hat halt schön lang gezogen szenen mit langen aufbau auch von von witzen somit so sachen wie dieser großartigen szene zum beispiel wo eine der mädels zum ersten mal in so ein starbucks reingeht und sich da einen kaffee bestellen will aber dann ist es halt starbucks und da sind halt ganz viele weirde optionen die du als normaler mensch der noch nie in starbucks gewesen ist nicht verstehst und dann ist aber die frau hinter der kasse ist das gerade auch noch ihr erster tag und die beide schreien sich mit der zeit immer nervöser an und dieser ganze aufbau ist schon witzig und dann kommt hinten dran noch eine punchline das ist dieser kaffee den sie sich am ende da irgendwie zusammen bestellt hat der kleinste becher ist den man sich nur vorstellen kann so das ist eine tolle szene im gegensatz ist halt selbst bei my dear friend nokotan wenn da eine szene länger ist wie dieses quiz in der zweiten episode es ist aber die ganze zeit die gleiche punchline so einfluss einfach nur darum geht die protagonistin bloß zu stellen weil ihre weirde schwester und halt die protagoniste nokotan die ganze zeit irgendwelche peinlichen dinge über sie verraten und das ist so ermüdend auf dauer weißt du das ist natürlich immer geschmackssache besonders bei komödien ist es extreme geschmackssache aber irgendwie der eindruck den ich hatte war so extrem anders ich hatte das gefühl dass das nokotan sich ein kleines bisschen zu viel zeit lässt mit seinen gags das ist einfach ein bisschen zu gemütlich vorangeht aber ich muss sagen ich habe schon eine ganze menge quatsch comedy anime geguckt ich habe schon eine ganze menge wilden unsinn geguckt egal ob es klassiker waren wie asumanga dayo oder sowas wie auch gott wie heißt denn das ding im jungle das waren alles oder excel saga oder sowas wie in der richtung das war alles ich meine ich habe auch schon einen realisten scheiß geguckt sowas wie super milky chan oder so aber das gag feuerwerk bei war 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 bei sehr vielen serien viel intensiver viel hochfrequenter und das ist halt das anstrengender das ich fand eigentlich hier nokotan relativ zahm ja also es ist halt schon so dass es jetzt dass das also es ist es hat halt nicht ganz so das tempo wie so wie so ein super milky chan oder oder halten excel saga oder so sondern es ist etwas ruhiger aber es ist jetzt auch nicht so würde ich sagen dass es jokes großartig aufbaut sondern es ist wirklich es sind immer nur die simpelsten punchlines die man sich in den jeweiligen szenen überlegen kann und selbst so was wie das quiz was ich meinte was an sich noch recht lange szene ist ist halt immer nur so eine kleine punchline nach der anderen also habe ich halt nicht empfunden ist es halt nur ein bisschen quatsch komödie es ist seit versucht manchmal erfolglos aber manchmal auch erfolgreich über sich über sich selber lustig zu machen es ist selbst referenzieller humor und ironie und ich mag das ich finde diesen die dämlichkeit davon bag ich weiß es sind so filme so ein kleines bisschen in der richtung wie kesto ideocracy ich kenne das ja ich also ja ich 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 kenne es auch ich habe es nie gesehen ich weiß was worum es geht aber und was die kritik daran ist ja aber wie gesagt es ist sehr schwer dann wenn das nicht dein geschmack trifft da irgendwas dann zu finden aber ich kann einfach dem nicht ja zustimmen das ist ich finde auch nicht dass die serie super gut ist sie ist als komedyserie recht durchschnittlich aber gelangweilt war ich auf jeden fall nicht es ist halt aber das 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 ist halt so dass das das problem damit das ist halt so lari fari so hier und da mal mal kurz gekichert und das ist halt in diesem in diesem in diesem tal der langweiligkeit so wenn das schlechter wäre dann hätte ich damit bestimmt mehr spaß gehabt weil dann hätte ich was worüber ich mich lustig machen könnte und wenn es besser wäre dann hätte ich damit mehr spaß gemacht spaß gehabt weil ich tatsächlich mit der serie mit lachen könnte ich verstehe es ist es halt in diesem tal von ist es ist das ist die 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 hirschhorn granate oder das dass sie andauernd ihren horn die die bananen versteckt oder wie sie dann hier so ein kleines bisschen gibt die filme verarschen wo sie dann halt auf den auf den dings auf den hirschen wandert so wie es nausicaa szene nachgezeichnet oder ich fand das alles wirklich cool und ich falls alles zum schreien plus dass die vorspannlid ist legendär jetzt schon ich weiß ich auch nicht also ich habe von diesem vorspannlid auch irgendwie mehr erwartet als die leute das gemimt haben du bist ein komischer mensch wer ist das du hast ja komm ich war einfach so extrem gelangweilt davon am ende ist so ich meine da sind jokes drin die eigentlich auf mich pandern so auch irgendwie mit diesem diese 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 seon szene wo sie diese szene aus dem ersten gandam nachmachen wo dann alle heil hier sieg seon schreien und so dass sie auch da drin aber das war alles so ermüdend einfach weil auch diese figuren alles wo es so einseitig sind und ich nicht wirklich mit irgendeiner figur großes interesse an denen hatte so auch wieder da wenn man es mit nitschijo vergleich das hat so ist sympathische und witzige figuren und ich hier bei my dear friend nokotan ist halt einfach hat halt jeder so ihre seine eine rolle immer wieder in den jokes so das schwester ist halt weird nur gut an ist halt anders wird koshitan ist halt die straight man aber im endeffekt es war bei vielen quatsch komedyserien die klassisch gehen genauso ich meine excel saga ist auch 99 prozent former formel 1 also also die formel die formel f formel nr 1 schema f das ist ja wenn formel 1 wäre wahrscheinlich formel 0,99 oder aber ganz ehrlich dann hat es dir nicht falle ja tut mir leid schade ich habe meinen spaß gehabt beim nachdenken habe ich es schon wieder bock rein zu gucken das ist halt wenn so eine komedyserie einfach halt so gar nicht hittet dann ist es halt eine der schlechtesten medienerfahrung die man so haben kann also ja nichts nichts ist schlimmer als mittelmäßige komödie ich kann dazu jetzt nur sagen ich habe die serie jetzt nicht geschaut aber dadurch dass jetzt natürlich zwei sehr verschiedene positionen haben wäre es dann auch spannend für mich zumindest mal reinzuschauen und vielleicht auch für die zuhörer hier ja ich eine folge und wahrscheinlich wahrscheinlich schaut man dann eine folge rein und deckt und merkt sich okay das wird jetzt was für mich oder nicht wahrscheinlich oder du ich bin nicht dafür dass leute sich mit sachen quälen die nichts für sie sind ich weiß micky wenn die damit anfängt dann guckt ihr das ding durch aber ich empfehle das nicht anderen ja ich meine jetzt auch nur so weil wir jetzt hier zwei sehr verschiedene positionen haben so gut schlecht und dann ist es zumindest bei mir so dass ich mich dann besonders interessiert so ist das jetzt gut oder ist das schlecht jetzt würde ich es ja schon gern wissen so ich kann dir auf jeden fall versprechen dass es nicht außergewöhnlich gut ist es ist es ist noch nicht mal ich würde es noch nicht mal als gut bezeichnen es ist solide okay in meinem geschmack also wenn du quatsch comedy haben möchtest würde ich dir andere sachen empfehlen die viel besser sind aber wenn du sowieso da drauf stehst dann hast du das eh schon reingeguckt okay ja ähm magst du also noch was für uns nee ich dürfte nichts mehr haben ich meine ich ich amüsiere mich gerade mit der laufenden so sehr shangri la franca ist super geil gerade im moment ist sehr sehr spaßig dragonball daima hat so ein paar äh schwache episoden gehabt nach der richtig guten ersten episode aber fängt jetzt auch wieder an lustig zu werden ranma ist wunderbar aber es haben halt alles drüber schon geredet na ich habe immer noch nichts weiter wobei als krisen äh dragonball fan als jemand der auch in unserem dragonball podcast gewesen ist würde ich natürlich schon auch ganz gerne in die weinung von impar guard talks wissen ähm ja ich kann da im prinzip zu dieser kurz beschreibung auf jeden fall zustimmen also ich habe mir jetzt die ersten sechs folgen weil es sind stand jetzt aktuell sechs folgen da äh angeschaut ähm ja und bisher noch also jetzt letzte folge fand ich schon hat mir doch gefallen aber die davor war es noch hat mich noch nicht so mega überzeugt muss ich sagen ja also die allererste war richtig guter einstieg dann die zweite war irgendwie so äh gott was 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 fuckelt hier rum bis das abenteuer anfängt ja aber wenn es dann im abenteuer drin ist es geht es besser ja aber dann das abenteuer muss dann auch erstmal so ein bisschen antrieb finden ich hatte so das gefühl dass wir da auch erstmal nur so umtrotten ja in ein hotel gehen und dann gehen wir aus dem hotel raus und dann gehen wir in die steppe und dann gehen wir aus weiter in der steppe so wo ich nicht das gefühl dass viel passiert ist ein bisschen ähm und was ich so ein bisschen das gefühl habe ist auch so dass das das ist glaube ich mein eindruck generell oft bei dragon ball dass es vielleicht oft besser ist wenn man nicht zu viel erklärt weil man sich dann mehr fragen stellt und dann andere dinge sich auftun ja irgendwie es ist ja nicht notwendig dass sie die serie langsam erzählen ne sie müssen ja nicht irgendwie auf eine manga vorlage warten das zu meinen ja aber sie versuchen irgendwie zwanghaft niemanden zu überfordern und dafür auch dass die kleinen kinder mitkommen können bei der serie ne das merkt man richtig dass die so gebaut ist was jetzt ein kleines bisschen schwächt ne ja also es fühlt sich so ein bisschen an wie wenn du eine autoverwirkungsjagd anschaust aber du schaust halt davor auch an wie sie sich weil sie das auto nicht selbst besitzen sondern leihwagen sehen erst erst mal beim leihwagenverleih da holen dann müssen sie noch auftanken dann müssen sie erst mal noch stehen sie noch im stau und dann geht es irgendwann mal los so ein bisschen mach doch mal hin ähm ja und was ich halt auch meine ist so ein bisschen fand ich halt so als dann so diese erklärung kam ja alle die spitze ohren haben das sind alles eigentlich dämonen und kommen aus der dämonenwelt und ich denke mir so okay also bei prinz pilav meinetwegen kann ich gut verstehen aber dann sind jetzt auch alle namekianer dämonen und alle die so als götter instanzen immer angetan wurden sind jetzt reinbar auch dämonen eigentlich die nur hingereist sind und dann sitze ich so hä äh weißt du so da stellen sich für mich dann wieder weitere fragen die dann irgendwie nicht aufgetan werden die nicht weiter bearbeitet werden ich meine aber ich fände das lustig dass sie im endeffekt den selben kunstgriff angewendet haben wie toriyama dann selber bei z gemacht hat ne so im sinnvollen ja alle unsere superhelden hier das sind gar keine menschen das sind außerirdische und die grüne futze das ist auch ein außerirdischer ja ja das stimmt aber ähm ich sag mal so da hab ich noch weniger hinter das war dann halt würde ich auch sagen war so ein bisschen so ein punkt vor allem bei son goku äh dass das dann halt auch irgendwie erklärt hat dass er halt immer ein bisschen anders war weil son goku äh es wurde ja schon vorher etabliert dass es irgendwie komisch ist dass es ein Junge mit einem Affenschweif ist der extrem stark ist aber man hat es dann auch irgendwie für sich dabei belassen weil die Welt generell komisch ist ja mit den Dinosauriern und den sprechenden Bären und all dem Scheiß genau und da denkst du so ja gut vielleicht gibt es einfach einen Jungen mit einem Affenschweif meinetwegen und so haben sie auch die Figuren behalten die ihn ja auch gesehen haben und gesagt haben du hast einen Schweif hä okay meinetwegen aber hä und dann hast du es halt irgendwann einfach akzeptiert und du bist da bist dann halt so mit dem Flow gewesen und dann wurde und dann kannst du halt irgendwann dann super diesen äh dann nochmal sagen so ach übrigens ähm das mit dem Schweif ja das war eigentlich das liegt einfach daran dass ein Alien ist ist ja schon komisch gewesen ne und du bist so ja eigentlich war es komisch hast schon recht so äh ja besonders Leute die Ahnung hatten dann von der äh asiatischen äh Literatur und Mythologie und Kram die wussten halt dass es eine Variante von diesem Reise nach Westen ist und dass der Son Goku eine Variante von diesem Affenkönig Mythenwesen war ne genau deswegen hat er halt den Affenschweif ja heißt auch Son Goku in der in der Legende heißt auch so ja genau deswegen ne genau und bei den Kaios ist es halt so wo ich dann so ja es gibt diese vier Kaios und die regieren über die vier Teile des Universums und dann gibt es halt den großen Kaioschins und darüber den großen Kaioshin und wo du halt so sagst wo du denkst so okay das scheint eine sehr etablierte Sache zu sein die scheinbar irgendwie diese ganze Welt regelt got it und dann sagst du jetzt so übrigens das sind alles Dämonen die kommen aus der Dämonenwelt und eigentlich eigentlich hat das so eigentlich hat nichts mit dieser ganzen mit diesem ganzen Universum zu tun technisch betrachtet und du bist so okay Moment aber wie wie funktioniert das Ganze dann jetzt einen Moment haltet mich da mal kurz ja du Dragon Ball ist wirklich auch jetzt bei so einem Miveau angekommen wie die ganz verzwickten amerikanischen Comic Serien mit ihren was weiß ich wie vielen Alternativuniversen und ja deswegen es ist alles aufeinander gestopft bis es platzt genau und ich hab da so ein bisschen das Gefühl dass dann immer so ein paar Friction Points gibt wo dann halt du sitzt so Moment mal irgendwas passt dir gerade nicht wie wo dann ja gesagt wurde ja die ersten Dragon Balls stammen aus der Dämonenwelt von diesen Namekianern und du denkst dir Moment mal gab es nicht in Dragon Balls diese Super Dragon Balls die eigentlich die ersten waren und die da im All sind wie wie hat das jetzt mit der Dämonenwelt hä so irgendwas hä kriegen sie irgendwie hin dass sie das ja also irgendwo kannst du das sicher zusammen bullshitten aber ich denke aber so das du hast dann halt so gewisse Punkte wo ich dann sitze Moment das das würde ich jetzt einmal kurz genauer erklärt haben und das habe ich halt habe ich sonst eigentlich nicht bei Dragon Ball sag ich mal dass ich mich da hinsetze Moment mal das musst du mir jetzt einmal genauer erklären wie Mutno Roshi so alt geworden ist wo ich einfach denke okay gut das ist ein alter weiser Mann meinetwegen meine Güte aber das das war so ein bisschen ja ja mir hat es tatsächlich geholfen bei Dragon Ball als ich dann irgendwann mal gelernt habe wie das irgendwie in generell in Fiktion aus dem asiatischen Raum reinpasst weil es gibt aus dem chinesischen zwei Genres die ziemlich alt und ziemlich beliebt sind das eine ist das Genre von den Schwertkämpfern die in der Schwertwelt kämpfen das sind halt dann diese Kung Fu Kämpfer mit fast schon magischen Kräften die halt fast fliegen können über Wasser laufen können und das läuft immer relativ ähnlich ab dass es sozusagen so eine Art von Unterwelt ist also eine kriminelle Welt und eine brutale Welt und dass die Guten im Endeffekt da wie Mönche durchziehen durch die Welt um Gutes zu tun da wo sie Schlechtes antreffen und dass die Schwertwelt immer ein brutaler Ort ist und das andere was auf Dragon Ball zutrifft ist die Kultivierungsgenre und zwar das kommt aus der chinesischen also asiatischen Mythologie Vorstellung dass jeder im Endeffekt eine Art von Gottheit werden kann anders wie bei uns im Westen wo du nicht wirklich zu einem Gott aufsteigen kannst außer die die Götter erlauben ist dir oder du bist ab stammst von einem Gott ab wie so Herkules oder sowas bist du ein Halbgott sonst hast du keine Chance Gott zu werden aber im asiatischen Bereich kannst du das wenn du einfach nur dein Chi und deine oder alles andere von dir trainierst oder talentiert genug bist dann kannst du aufsteigen und aufsteigen und aufsteigen und immer stärker werden und immer stärker werden und irgendwann alle Götter übertrumpfen zum größten und stärksten Gott überhaupt zu werden und ich meine das ist ja in Dragon Ball das Ding was da abgeht was von sich geht das ist der Standardding und deswegen ist es eigentlich egal wie viele Alternativuniversen und Kosmos und Zeugs die reinschmeißen solange halt diese Standarddinger bleiben die zwei großen Hauptgeschichten die Abenteuergeschichte und die die Kultivierungsgeschichte also das Aufsteigen zu einer Art von Gottheit und das sind im Endeffekt die zwei die standardmäßigsten Dinge zusammengeworfen und solange sie davon nicht abhauen solange sie das nicht wegschmeißen bleibt es Dragon Ball wobei man jetzt natürlich sagen kann dadurch dass die Sogoku zum zweiten Mal zu einem Kind gemacht haben ein wenig ist es natürlich schon ein bisschen davon ja ja schon aber das gehört dazu einfach wieder hochklettern in den Weg ja ich glaube das Problem ist da halt auch immer so dieses Dragon Ball Problem wenn du halt immer weiter steigerst irgendwann musst du einen noch größeren wirklich finden das ist so ja ja dann ist von Anfang hochklettern auch irgendwie schon lustiger genau und wenn sie halt wenn sie halt schon vor Daima den den König der Unterwelt getötet haben schwierig es macht halt keinen Sinn für unsere Götter hier weil die sind ja also auf Götterniveau irgendwelche normalsterblichen Abenteuer zu erleben das war schon zu Z-Zeiten irgendwie ein bisschen komisch wo sie dann als Gag so Nebengeschichten hatten wo sie Autoführerscheine gemacht haben oder sonstigen Unsinn ja ja weil weil die ganze Crew da ja im Prinzip schon komplett weit ab eigentlich war von allem was alle anderen gemacht haben auch so ja du musst unbedingt Autofahren lernen auch wenn du mit Überscheidgeschichtigkeit durch die Gegend fliegen kannst und eigentlich kein Auto brauchst ja oder dich teleportieren kannst und später und später muss Songoku ja noch einen Job suchen auch weil er eigentlich sein ganzes Leben lang eigentlich schon im Wald überleben konnte aber meinetwegen ähm ich meine ohne Probleme hättest du einen Job finden können von Songoku solange es nicht hinter einem verdammten Schreibtisch ist ja Demolierung du brauchst du musst kein Geld mehr ausgeben für Sprengstoff Songoku kann alles demolieren was demoliert werden muss und er kann auch darauf verachten dass niemand dabei zu Schaden kommt das geht das passt oder er könnte auch generell auf dem Bau arbeiten so das hat er ja in Mushnurashis Training schon gemacht im Steinbruch ja einfach so ein bisschen Steine klein hacken das ist kein Problem für ihn ähm ich fand da aber auch ganz witzig wie gesagt Songoku wurde ja wieder ein Kind gemacht ich hab so ein bisschen das Gefühl dass sie da jetzt auch so versucht haben das so ein kleines Problem von GT da ein bisschen zu lösen weil dort war es ja im Prinzip Songoku war ein Kind aber alle anderen waren ja immer noch sie selbst so WG ich da kann immer noch alle platt machen wenn er will ja und deswegen so machen wir einfach alle Kinder Problem gelöst das haben wir im Podcast mit Consumer schon gesagt gell Micky dass Dragon Ball da einmal schon so wirkt als würden sie GT wieder gut machen wollen ja ja ich hab ehrlich gesagt irgendwann ausgeklingen dass eure Konversation aber ich keine Ahnung hab ja ich sag einfach ja hört dir die Frau an ja hört uns einfach dazu hört uns einfach dazu tütze 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 na gut okay ähm ähm so seid ihr fällig oder die können doch weiterreden aber okay ähm ich hätte noch was das hab ich heute früh noch geguckt und zwar ähm hat Studio Coderido dieses Jahr wieder einen neuen Film rausgebracht My Only Girl was ja äh wieder über Netflix auch rausgekommen ist und ähm war okay war okay so wie die meisten der Studio Coderido Filme irgendwie ähm ja My Only Girl ist die Geschichte von einem Jungen der ähm wird am Anfang des Films einfach plötzlich von einem anderen Mädel in seiner Schule gefragt hey kannst du meinen Freund spielen für meine beste Freundinnen glauben dass ich einen Freund hab weil ich denen das erzählt hab und ähm ja du tust jetzt einfach mal so als wärst du besagter Freund und während diesem Treffen ähm auf irgendeinem Festival halt äh begegnet er dann einem anderen äh Mädchen Sumogi die ein Oni ist und ähm ja während sie gerade so in den Bus einsteigen will und sie findet irgendwie ihr Portemonnaie nicht und er sagt dann ey ich bezahl das und so und äh dann steigt sie aber aus und die beide laufen halt äh dann einfach zusammen zu ihm nach Hause zu Hilargie was ist auch einfach so ja die Eltern akzeptieren das auch einfach so von Hilargie oh der hat ein Mädchen mitgebracht oh die will die Nacht hier bleiben okay warum nicht ähm und ja dann dann taucht aber rund um Hilargie tauchen immer so ne Art Schneeflocken auf die wir aus ihm heraus wachsen was passiert wenn jemand dabei ist zu nem Uni zu werden ähm weil die Person seine wahren Gefühle unterdrückt und da taucht dann halt immer so ein Schneegott auf der ähm Menschen auffrisst und das äh versuchen die beiden irgendwie kämpfen dann gegen die Schneegott während gleichzeitig Tsumugi auf der Suche ist nach ihrer Mutter weil die irgendwann anscheinend mal während sie noch ein kleines Kind gewesen ist abgehauen ist und dann ist das in der ersten Hälfte so ein Road Movie wie die beiden unterwegs sind hin und wieder zuerst treffen sie so ein Geschwisterpärchen die Retro Vintage Klamotten irgendwie verkaufen und mit denen fahren sie dann rum kurz dann wird Tsumugi krank und die kommen dann unter bei so einem traditionellen japanischen Inn wo der Protagonist dann auch aushilft um halt das Zimmer zu bezahlen wo die dann da kurz bleiben und die zweite Hälfte ist dann so geht es mehr auf die Mystik hinter den Uni ein so es geht in das Uni Dorf wo man so ein bisschen kennenlernt wie die leben und was es mit den Schneegöttern auf sich hat und da wird es dann halt mehr zu so einem Abenteuer Film bei Road Movie auch irgendein Abenteuer Film ist aber da wird es halt eher so ein bisschen ja ein relativ simpler Film der halt wie man es von Colorido gewohnt ist sehr sehr schön aussieht aber halt auch inhaltlich jetzt nicht so besonders ist was auch irgendwie die meisten Colorido Filme so an sich haben ich mein Penguin Highway so kam bei den KritikerInnen noch besser an ich fand den halt auch nur so okay weil diese ganze Geschichte von wegen halt von so einem Jungen der sein sexuelles Erwachen hat auf so eine metaphorische Art und Weise ist jetzt nicht ganz so meins dann hier dieses dieses Katzen Ding von Marioka da war halt auch nur so okay dieses Whisker Away Drifting Home hatte mir deutlich mehr gefallen wo sie ja da auf diesem Hochhaus unterwegs sind was irgendwie durch ein unendliches Meer schwimmt das fand ich eigentlich einen schönen Film der hatte auch eine interessante Prämisse und wie sie damit umgegangen sind und so das fand ich eigentlich cool der ist jetzt auch bei den Kritikern nicht so ein Hit gewesen aber der hatte mir zumindest mehr gefallen ja und dann kam halt jetzt wieder mal Unigirl und ist halt so wie die anderen beiden so die ich vorher genannt hatte halt wieder so okay irgendwie ein bisschen schade das ist ein Studio was halt visuell wirklich wunderschöne Bilder erzeugen kann aber irgendwie die Drehbücher die sie abkriegen sind halt nie so interessant ja weil die tun das ja größtenteils selber produzieren das sind ja alles eigenständige Werke ja also Penguin Highway zumindest war eine Adaption auf einem Buch aber der Rest ist alles Original ja und da ist es ist natürlich schön dass sie bisher keine Nieten produziert haben ne aber sie haben auch nichts Außergewöhnliches produziert auch wenn wir jetzt wahrscheinlich unsere Meinungen auseinander gehen könnten bei den Filmen ich glaube auch bei Penguin Highway habe mir um einiges besser gefallen als dir aber ich glaube wir sind uns einig dass keiner von ihren Filmen so richtig Magie hatte ne das ist halt auch so fehlt auch nicht so ganz also was ich halt halt sehr gefeiert habe ist Burn the Witch das ist aber auch von Team Yamahitsuji also einem bestimmten Team innerhalb von Studio Colorido die halt einfach Wunder wirken und Burn the Witch ist halt basiert aber halt auch von auf dem auf dem Manga von hier von Kubo also da hatten sie an sich auch eine gute Vorlage aber da haben sie halt den Vibe auch einfach fantastisch eingefangen und wo sie halt auch einen guten Job gemacht haben war halt auch Pokémon Twilight Wings was halt auch wunderschöne kurze Episoden gehabt hatte mit der Regie von Shingo Yamashita das war auch ein ganz ganz tolles Ding aber diese ihre Kinofilme die sie halt bisher gemacht haben ja also irgendwie fehlt da einfach noch so 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 bisschen was da fehlt noch so 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 ein Kicker der das Ganze noch ein bisschen besonderer macht ich frage mich ob es am Regisseuren liegt obwohl im Endeffekt bei den Kinofilmen sind zwei hauptsächlich dabei einmal der Ishida und einmal der Shibayama der hier der Onigirl war halt vom Shibayama ist genauso derselbe der dabei A Whisk Away bei dem Katzenfilm hinten dran saß obwohl da hat er sich auch die Regie geteilt mit dem anderen Junichi Sato aber trotzdem die haben anscheinend diese zwei Hauptregisseure für ihre Sachen da sind noch ein paar andere dabei aber die Namen sehe ich öfters ja der Ishida war ja auch der genau der Ishida war auch der der am Anfang die Kurzfilme also der Colorido im Prinzip mit groß ich fand die Kurzfilme halt immer super da hat mir auch deren Star Wars Beitrag gefallen Tatooine Rhapsody auch weil das so etwas komplett anderes war als das was man so bei Star Wars erwartet und viele dann auch gemacht haben sage ich mal colorido colorido ja ich hoffe dass irgendwann mal das Ding raus bringen das sie definiert ja das würde ich mir auch noch wünschen also das sind definitiv so die machen halt schöne kleine dinge so ihre eigenen dinge ich meine machen auch nach wie vor ja noch pokémon kram poketouben machen sie aktuell wieder eine neue staffel burn the witch hatte ja hier über 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 jahreswechsel noch eine weitere episode bekommen also so die machen halt schon schönes zeug ja es ist halt nur wie ich das jetzt halt schon meinte irgendwie so ein bisschen magie fehlt einfach noch also es wäre halt schön wenn wenn dieser nächste wenn da wird sicherlich noch weitere kinofilme kommen und wenn dann der nächste mal einfach ein banger wäre mach doch einfach mal ein banger genau mach doch mal einen guten film was soll die scheiße hier also ich weiß es natürlich nicht von außen ist es schwer einzuschätzen aber irgendwie ihre dauer beziehung mit netflix scheint sie über wasser zu halten pokémon company zeit stimmt auch nicht schlecht ne also so über die runden zu kommen und handwerklich ist da nichts zu meckern da gibt es auch keine ausrutscher ja also das meine ich ja die filme und die ganzen serien das sieht ja alles großartig aus also visuell ist das alles creme der creme na jo na jo gute Sache ja wollen wir auf dieser irgendwie ernüchterne Note enden ja mag zwar ernüchternd sein aber es ist ja eigentlich auch schon positiv wir müssen nicht immer den besten anime aller zeiten gefunden haben es hat einen funken hoffnung für die nächsten folgen ich muss wirklich mal so langsam was sehen was mich so richtig wieder begeistert ich habe das gefühlt ich habe echt noch nicht viel an anime aus diesem jahr gesehen wo ich mir so dachte so jammern also lookback war halt und irgendwas hatte ich eine 9 von 10 gegeben aber ich weiß auch schon nicht mehr was aber das Jahr ist auch schon länger es ist halt auch so ich habe mir gar keine gedanken gemacht über das jahr anfang des jahres war doch recht stark wenn ich mich so erinnere ne ja ich überlege gerade was habe ich was welche serie hatte ich den 9 gegeben welche war das ach natürlich die zweite staffel von dangers in my heart ja die hatten wir am anfang des jahres sehr 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 gut das problem ist natürlich auch dass viele der banger zweite staffeln bekommen das sorgt für mich dann dafür dass ich die noch nicht geguckt hab da musst du die banger vom letzten jahr jetzt schauen ich meine es war aber so dass 2023 ein extrem starkes jahr war dessen anime ein bisschen rüber geschwappt sind in unser jetziges in 2024 ich meine diese saison ist halt auch wieder schlimm wir haben dann so viele anime die nächste season erste ende sein werden ja so wie das orb genau und das sind superbe serien ich meine klar einige Sachen sind einfacher zum beispiel ich werde auf jeden fall windbreaker als einen der besseren auf dem schirm haben das ist einfach cool dass sowas wieder da ist das genre das liebe ich und ich muss mal gucken ob ich irgendwelche kleinen finde die ich dann auf jeden fall drauf setze aber es wird wahrscheinlich so die die standard dinger waren die sicheren sein Eurocamp Staffel 3 ist definitiv bei mir dabei das muss ich auch noch gucken ja das ist jetzt die Staffel eigentlich schon angekündigt worden aber ich glaube ich gucke es mir trotzdem an ja tut es da scheitert es nicht ist ja kein roter farben den du unbedingt haben musst ja und ich glaube ich muss noch Alja zu Ende gucken weil das hat es wahrscheinlich verdient und wir haben und wir haben sowieso einige ganz gute romanzen auch dieses jahr gehabt dann muss ich bei denen auch noch mal reinschauen und natürlich beim fantasy rotz ja es ist wir sind halt in der post frieren ära und das ist halt anders jetzt hat man auf einmal Ansprüche das ist schlimm ja 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 ich meine früher war das so ein Gefühl das ich dauernd hatte weil ich halt immer nur die die feinsten Anime die ich halt richtig mochte geguckt habe weil es das halt hat was wir gesammelt hatte ne und seitdem das halt dank des Internets so wunderbar gigantisch wurde und so unglaublich viel dir angeboten wurde so hat es wann hat es angefangen vor zwölf Jahren oder so rum irgendwie 2012 2011 ne da ging es dann voll ab seitdem ist es nicht mehr so seitdem wird er soffen ich würde sagen wir machen an der stelle mal feierabend yes jo zweimal gibt es uns noch dieses jahr und dann kommt der weihnachtsmann genau dann kommt der weihnachtsmann ah danke megadogs dass du dabei gewesen bist jo immer wieder gern hast bestimmt das tollste dragonball diamond gesagt ich habe nicht zugehört ich würde sagen es war toll ich sag immer nur tolle sachen ach ja ähm genau dann wer mehr von impagatox hören oder sehen will der kann natürlich auf seinem youtube kanal vorbeischauen und mehr über hatris in erfahrung bringen ja auf jeden fall ja es ist ein komplett anderes thema aber es ist auch ein spannendes thema spannender als man vielleicht sogar erwartet genau und wir sind raus für heute wer mehr von uns hören will der gibt es jeden mittwoch einmal rolling sushi mit den nachrichten aus japan aber natürlich für die hanme fans haben wir jeden freitag was da gibt es den anime basta mit den nachrichten aus der anime welt vielen dank fürs zuhören und tschüss Ciao